Im Namen der Mainzer Rhein-Zeitung, der Universitätsmedizin und der Medizinischen Gesellschaft begrüße ich Sie zu unserem heutigen Abend. Letztes Mal waren wir ja bei den Augen, wir gehen ein bisschen tiefer, bleiben aber im Gesichtsbereich und kommen bei den Zähnen an. Nun, dass die Erhaltung von Zähnen wichtig ist, das haben wir heute alle, oder haben wir alle schon am eigenen Körper erfahren. Was wissenschaftlich darum passiert in diesem Bereich, wie man Zähne erhält, wie man es vorbeugen kann, dass sie nicht ausfallen, welche kulturelle Bedeutung hat, das werden wir heute hören. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich zunächst die Direktorin der Polyklinik für Zahn-Erhaltungskunde Ihnen vorstellen kann, Frau Prof. Willershausen. Ihr Lebenslauf ist bemerkenswert auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch bemerkenswert geradlinig. Zunächst mal bemerkenswert, sie hat nicht mit Medizin angefangen, sondern sie hat in München Chemie studiert, dies auch abgeschlossen. Und damit war Frau Willershausen Diplom-Chemiker, das ist sie auch heute noch. Aus Gründen, die ich jetzt nicht weiß, ich nehme aber an, dass es wahrscheinlich das Interesse am Menschen war, war es dann mit der Chemie doch nicht so der Berufsweg, sondern sie studierte Medizin. Natürlich schloss sie das ab, sie hat promoviert und damit war sie nun Diplom-Chemiker Dr. Medent Willershausen. Aber dann kam jetzt der geradlinige Weg, sie ist in München in der Zahnklinik geblieben, das heißt wahrscheinlich anders, ich sage jetzt mal, Zahnklinik hat man früher so gesagt, in der Abteilung für Zahnerhaltungskunde von 1983 bis 1993. In der Zeit hat sie natürlich ihre Facharztausbildung gemacht und hat sich habilitiert. Und kurze Zeit später war sie dann Professor und so ist sie nun heute, Frau Professor Diplom-Chemiker Dr. Willershausen. Ihre Arbeitsgebiete geben sich aus den Namen, es geht im weitesten Sinne um Zahnerhaltungskunde, es geht um Kauffunktionen, die sie macht und sie arbeitet enorm viel. Ich habe auf der Homepage die Literatur nachgeschaut, habe ich gleich wieder zugemacht, weil es so viel ist und ich dachte, das kann man selber nicht erreichen und ich weiß es nicht, wie Sie das machen, wenn Sie die Jahre durchschauen. Sie haben jedes Jahr mit Ihren Mitarbeitern eine erhebliche Zahl von Publikationen aus den verschiedensten Bereichen und das muss natürlich alles mal gearbeitet werden. Das geht nicht von selber, können Sie vorstellen, dieser Platz in einem Journal muss man sich erarbeiten, das muss eine gute Arbeit sein, das muss angenommen werden, man muss diskutieren und so weiter und wie Sie das alles noch machen, neben Ihrer klinischen Arbeit, wo immer, wenn ich drüben bin, bei Ihnen die Patienten aus und eingehen, ein permanenter Fluss von Patienten, ich weiß es eigentlich nicht recht. Aber sie macht es mit Charme und heute macht sie nun ein ganz anderes Kapitel, sie spricht über die kulturelle Bedeutung der Zähne, wir machen uns gar keinen Begriff mehr, welche Bedeutung die Zähne eigentlich haben, früher hat man das Lebensalter daran gesehen, den Leuten sind die Zähne ausgefallen, dann gingen sie nicht mehr unter die Leute, sie konnten nicht mehr essen und dass wir heute im Alter, sobald wir nicht von Krankheiten heimgesucht sind, relativ gut ausschauen, das hängt auch mit der Kunst der Zahnheilkunde zusammen, die eben dieses Altersproblem ausschaltet, uns schöne, glänzend weiße Zähne beschert und mit denen wir gut kauen können, mit denen wir auch gut lächeln können und damit sind wir eigentlich beim Thema, darf nun Frau Prof. Willershausen bitten, zum Thema kulturelle Bedeutung der Zähne, gesunder Zähne, für die Seele und den Körper des Menschen in der Kultur. Vielen Dank. Ja, sehr geehrte Frau Hess von der Rhein-Main-Zeitung, die immer die Veranstaltung unterstützt, sehr geehrter Herr Prof. Jungänger, sehr geehrte Damen und Herren, zunächst einmal vielen Dank für die einführenden Worte und vielen Dank an die Zuhörer, dass Sie heute gekommen sind. Ich habe vorsorglich einmal geguckt, welche Länder heute Fußball spielen und ich habe gesehen, heute ist ein fußballfreier Tag, sodass wir gehofft haben, dass wir doch einige Zuhörer haben und schön, dass Sie gekommen sind. Das Thema, das wir bekommen haben, das wir diskutiert haben mit Herrn Junginger, heißt Schöne Zähne für Körper und Seele. Es sagt schon eine ganze Menge aus. Es sagt aus, dass wir die Zähne ja benötigen, um schön, um attraktiv auszusehen, um Lebensqualität zu haben und es sagt aber auch aus, dass wir die Zähne nicht unbedingt zum Leben benötigen. Herr Kollege Pfeiffer hat ja vor vier Wochen geredet, er hatte das Thema Sehen und Leben. Das macht deutlich, dass man mit den Augen viel besser leben kann, dass man sie benötigt. Und bei den Zähnen geht es darum, dass wir eben schöner leben, dass wir es, sagen wir mal, attraktiver haben, dass die Lebensqualität, wie hier bei diesem kleinen Kind, kann man das erkennen, es macht einfach mehr Freude. Die Zähne brauchen wir Menschen nicht unbedingt hier, was ich gesagt habe, aber wenn wir andere Lebewesen hier auf unserem Planeten mal betrachten, nur ein Beispiel eben des Haifisches. Dieser, wenn er die Zähne nicht mehr hat, ja, dann geht es ihm relativ schlecht, dann kann er also nicht so gemütlich leben, dann geht er ein. Und der Haifisch ist so ausgestattet, dass er immer eine Reihe von Zähnen nachwachsend hat, sodass ein Hai während seines Lebens bis zu 30.000 Zähne zum Nutzen hat. Das ist ganz erstaunlich und macht es deutlich, dass wir mit unseren Zähnen sparsam umgehen müssen. Bei uns hat sich nicht sehr viel getan während der Evolution. Ja, wir haben im Prinzip ja die erste Dentition mit 20 Zähnen und die zweite Dentition, ja, 32 Zähne. Es werden schon etwas weniger Zähne, aber signifikant sind uns nicht viel mehr Zähne dazugekommen. Wir müssen also die Zähne folglich, ja, wie hier so ein bisschen nett dargestellt ist, pflegen, putzen, Prophylaxe betreiben. Wir haben verschiedene Restaurationswerkstoffe heute. Wir müssen eine ganze Menge tun, um dann eben das attraktive Lächeln zu behalten. Ja, wir haben heute viele Möglichkeiten. Wir gehen dann im Einzelnen noch darauf ein. Das ist ein Blick in unseren Kurs, wo unsere Studierenden ihr Bestes tun, um zukünftig in der Zahnmedizin fit zu sein. Und Sie sehen lang die Zahnbürste. Ich sage immer unseren Studierenden so ein netter von mir Lieblingssprichwort, Therapie ohne Prophylaxe ist ein Kunstfehler. Also wenn diese dann therapieren, wenn diese restaurieren, müssen sie an die Prophylaxe denken. Das ist bei uns das A und O. Klar haben wir heute neben der Prophylaxe, die viel besser geworden ist, viel intensiver geworden ist. Wir haben die Fluoridierung, wir haben die Zahnpasten, Wir haben Internetalbürstchen, wir haben eine ganze Palette, um die Prophylaxe zu steigern. Klar haben wir andere verbesserte Technik, wir haben andere Geräte, wir haben eine ganze Reihe von neuen Füllungsmaterialien für die direkte Restauration. Wir haben Wurzelkanalbehandlungen, ja, wir haben dann auch die Endodontie, Lasertherapie und haben wir die Zähne nicht mehr, sind sie uns verloren gegangen. So ist die Palette der Restaurationswerkstoffe zum Ersatz der verloren gegangenen Zähne auch groß, angefangen von den Implantaten zu keramischen Restaurationen. Wir haben also heute eine ganze Menge, ja, was wir tun können, um eben schön und sozusagen die Attraktivität zu haben. In der Zahnerhaltung haben wir zwei Begriffe. Einmal die weiße und die rote Ästhetik. Die rote Ästhetik, das ist, nennen wir die Ästhetik sozusagen für das Zahnbett, ja, für das Zahnfleisch, dass es nicht entzündet ist. So einige Beispiele, darauf wird dann Privatdozent Dr. Kascher noch mit Beispielen näher darauf eingehen. Ich habe jetzt extra mal ein paar nicht so ganz schreckliche Beispiele gewählt, ja, damit Sie ja nachher noch Appetit haben und was essen können. Aber man kann so eigentlich eine ganze Menge machen. Oder auch die weiße Ästhetik, auch ein paar nette Beispiele. Ein Patient von mir, Sie sehen, da habe ich mit verschiedenen Werkstoffen gearbeitet, Keramik oder Plastischer Füllungstherapie. Und da wird dann auch Prof. Ernst noch ein bisschen näher darauf eingehen. Und so haben wir den Blog heute Abend unterteilt. Ich beginne dann nachher mit so etwas, sagen wir mal, ein bisschen historischem Rückblick, wie man früher die Zähne geachtet hat, was man früher getan hat, um die Zähne gesund zu erhalten, wie man sie geschmückt hat, wie die Patienten darunter gelitten haben, unter den Zähnen. Dann wird der Oberarzt, Privatdozent Dr. Kaschai reden, über die Möglichkeiten der Therapie, der Gesunderhaltung des Zahnhalteapparates. Wir haben es einfach mal so genannt, das Fund, das Fundament der oralen Gesundheit. Und als Abschluss wird der Oberarzt, Herr Prof. Ernst reden, über die Möglichkeiten der weißen Ästhetik, was wir heute alles tun können, um die verlorengegangene Zahn-Haartsubstanz, die auch vielleicht teilweise unschöne Veränderungen hat, um diese dann mit einfachen Techniken wieder aufzubauen. Und ganz klar werden beide Oberärzte auch unsere aktuellen Forschungen einbauen, was wir machen in der Parodontologie, ob es dann eben Knochenersatzmaterialien sind oder neue Techniken in der regenerativen Therapie. Und auch Prof. Ernst ist bei uns der Spezialist für die zahnfarbenen Kunststoffe, was wir alles auch tun und welche klinischen Studien wir durchführen. Zur Ästhetik, zur Schönheit ist immer so ein ganz schöner Satz von dem Leibarzt, von Papst Julius II., den ich immer sehr charakteristisch finde und eigentlich immer passend. Die Zähne dienen der Anmut zum Kauen und zur Aussprache. Und deshalb müssen sie mit aller Sorgfalt kuriert werden. Das war damals schon so. Ist klar, man wusste, wenn man die Zähne nicht pflegt, dann hat man keine Anmut. Dann hat man nicht eben das Gefühl für Körper und Seele. Dann geht das verloren. Und das ist ein ganz, ganz nettes Beispiel. Das habe ich von meinem Oberarztkollegen Ernst bekommen. Der hatte eine Patientin, die klagte, dass ihr Pferd nicht sehr anmutig wäre. Dass das Pferd sozusagen aus dem Mund riecht. Und was man tun könnte als Zahnarzt. Und er hat dann eine Bürste, die wir zu Demo-Zwecken haben, ihr gegeben und hat dieses Foto gemacht. Also das ist immer so ein nettes Beispiel, was uns eigentlich alles so einfällt. Da auch nur ein Beispiel. Die Zähne im Prinzip ist Lachen ja ein angeborenes Ausdrucksverhalten des Menschen. Und dieses Mädchen, das vor kurzem bei uns war, das habe ich gefragt, es soll mich doch mal anlachen. Einfach mal lächeln. Ja, und Sie sehen, die Lippen sind zu. Es wollte einfach nicht. Und dann haben wir versucht, mit ein paar Tricks sie doch zum Lachen zu kriegen. Es fehlten nur ein paar Zähne, weil es der Zahnwechsel war. Selbst diese fehlenden Zähne und die Lücke haben das Mädchen eben dazu gehindert, ganz spontan ein Lächeln hervorzubringen. Heute haben wir, ja, im Gegensatz zu früher, haben die Zähne noch eine ganz andere Bedeutung. Heute haben wir die Zähne, ja, klar, für Erfolg im Beruf, für das attraktive Lächeln, ja, Durchsetzungsvermögen. Und wenn wir die ganze Reihe sozusagen von den Politikern angefangen zu den Fußballern, da sehen wir eigentlich, ja, für was wir die Zähne nutzen. Nicht nur zur Anmut, klar, zur Aussprache, zur Attraktivität. Wir nutzen die Zähne auch zur Aggressivität, ja, und Kampfgeist bis hin eben zur Hilflosigkeit. Das ist eine ganze Reihe von Begriffen, die mit den Zähnen einhergehen. Und auf dem nächsten Beispiel, auf dem nächsten Bild, sind so einige Bedeutungen, ja, der Zähne mal zusammengefasst, wie wir sie im Volksmund eigentlich haben. Auge um Auge, Zahn um Zahn, das ist einer der bekanntesten Sprüche aus der Bibel. Aber wenn wir so die Begriffe dann auch sehen hier, sich in den Hintern beißen, das können wir nur, ja, wenn wir a, wütend sind, wenn wir noch Zähne haben, ja. Auf Granit beißen, da wird es schon etwas schwer, da haben wir Mühe damit, ja. Das heißt also wirklich, wir bleiben hängen, bis an die Zähne bewaffnet sein. Das heißt, ja, also maximal, da sind auch wieder die Zähne mit für den Kampfgeist, für die Bewaffnung. Ja, wenn wir auf dem Zahnfleisch gehen, dann geht es uns eben nicht mehr gut, da ist die Anmut verloren gegangen. Und die Attraktivität der hohle Zahn, das ist auch, ja, das ist auch ein Beispiel, dass wir schon Mühe haben. Ins Gras beißen ist auch so etwas, was uns sagt, uns geht es nicht gut, die Zähne sind verloren gegangen. In den sauren Apfel beißen, da haben wir es auch nicht so besonders gut, ja. Der Zahn der Zeit macht deutlich, Gebrauchsperiode der Zähne, auch die Zähne zeigen Spuren des Alterns. Dann haben wir der steile Zahn, das ist sozusagen die Kampfeslust oder die Attraktivität, die Zähne zusammenbeißen, da geht es uns auch nicht so besonders gut, die Zähne ausbeißen, ja, einen Zahn zulegen, das heißt also, wir gehen an Tempo zu, wir haben die Zähne, wir gehen nochmal voll in die Energie hier und die Zähne nicht auseinander bekommen. Also Sie sehen, die Zähne, die Bedeutung der Zähne sind überall, eigentlich in aller Munde und im Volkswortschatz findet man eine ganze Menge. Ja, wie sieht es aus mit der Zahngesundheit in Deutschland? Es wird eine ganze Menge getan und es werden immer zu gewissen Zeitabständen finden epidemiologische Studien statt, die sich mit der Zahngesundheit in Deutschland beschäftigen. Das hat verschiedene Gründe, warum diese Studien durchgeführt werden. Klar will man wissen, wie man die Bevölkerung versorgen kann. Die Krankenkassen wollen natürlich wissen, was müssen sie zahlen, was können wir tun, um eben die Kosten zu reduzieren. Das ist immer ein wichtiger Faktor heutzutage. und auch in der Planung ist es wichtiger, welche Techniken müssen intensiviert werden. Und da werden immer bestimmte Altersgruppen ausgewählt, um eben Informationen zu haben. Meistens werden sechsjährige Kinder ausgewählt, dann zwölfjährige, ist immer ein ganz beliebtes Beispiel. Mit zwölf Jahren ist schon die zweite Tentition da. Da muss man planen, was man hat, was man versorgen muss. Dann gibt es die Gruppe der 40- bis 50-Jährigen und die Senioren. Und vor 25 Jahren, vor 25 Jahren fand man, dass die Zahngesundheit in Deutschland nicht so doll war. Da hatte man im Schnitt, bei den Zwölfjährigen, fanden sich sieben Zähne, die einen Defekt hatten. Bei Zwölfjährigen in der zweiten Tentition. Das war doch sehr erschreckend, sodass man dann angefangen hat, gemeinsam mit den Landeszahnärztekammern, mit den Gesundheitsämtern, hat man überlegt, wie kann man diese immensen, sagen wir mal, zukommenden Kosten reduzieren. Und da wurde dann begonnen, intensiv mit Prophylaxe, Programmen, Individual- und Gruppenprophylaxe. Man hat mit der Fluoridierung, Pastenfluoridierung, Zahnpastafluoridierung, man hat eine ganze Menge gemacht. Und wie Sie sehen, dann im Jahr 1997, ein signifikanter Erfolg der Prophylaxe-Maßnahmen. Die Zwölfjährigen hatten im Schnitt weniger als zwei Zähne, die irgendein Defekt hatten oder kariös waren. Im Jahr 2004 waren es noch weniger. Also das sind wirklich Zahlen, worauf die Zahnärzte sehr, sehr stolz sind. Ja, bewusst auch, wo wir viel getan haben und wo man sieht, ja, was man durch die Prophylaxe-Konzepte erreichen kann. Das ist jetzt eine ganz aktuelle Studie von dem Institut Deutscher Zahnärzte aus dem Jahr 2011. Das zeigt dann, wie die Zahngesundheit in den neuen und alten Bundesländern verlaufen ist. Wir haben oben die graue Skala, das waren diese knapp sieben Zähne bei den Zwölfjährigen in den alten Bundesländern. In den neuen Bundesländern hatten wir nicht ganz so parallel die Befunde. Ja, aber ein paar Jahre später sieht man, dass hier noch deutliche, bessere Werte vorlagen. Lag daran, dass in den neuen Bundesländern eine Trinkwasserfluoridierung durchgeführt wird. Die Ernährung war nicht so, sagen wir mal, differenziert, wie sie bei uns war. Softdrinks, Fastfood gab es nicht in dem Maße. Da habe ich jetzt die Öffnung der Grenze 1990. Da sieht man, dass in den alten Bundesländern weiterhin die Prophylaxe greift, eine weiterhin Verbesserung durch unsere Konzepte auch, Verbesserung der Zahngesundheit erreicht worden ist. Und hier in den neuen Bundesländern, klar, das Nahrungsangebot, Wegfall, der Trinkwasserfluoridierung. Und diese haben sich jetzt so im Laufe der Zeit also angepasst. Also jetzt im Jahr 2009 wirklich sehr, sehr gute Ergebnisse zur Zahngesundheit. Ja, jetzt noch auch so einige Begriffe, die auch typisch sind sozusagen mit dem Sprachgebrauch der Zähne. Man sagt ja, warum fühlt man jemanden auf den Zahn? Wir hatten vorhin ja schon den Begriff, der Zahn, der Zeit der Zahn, ja, Zahn der Zeit. Also, dass sich sozusagen während der Gebrauchsperiode die Zähne einen gewissen Alterungsprozess zeigen. Und dass dieser Begriff auf dem Zahn fühlen, geht auf den Pferdehandel zurück. Ja, man wusste, dass man die Tiere anhand der Zähne in etwa einem Alter zuordnen konnte. Und damals haben die erfahrenen Pferdehändler, wenn sie ein Tier verkaufen wollten, diesem Tier eine kleine Intoxikation mit Arsen gegeben. Und diese Intoxikation, klar, hat dazu geführt, dass die Tiere eben sozusagen aggressiver und feuriger wurden. Und man dachte dann, die Tiere wären etwas jünger. Und so weiß man, ja, man hat dann eben doch auf die Zähne geguckt. Und deshalb ist dieser Begriff auch, ja, man schaut einem geschenkten Gaul nicht ins Maul. Das sagt, also, wir wollen nicht das wahre Alter sehen. Und dann auch so ein Begriff, was haben Haare auf den Zähnen zu suchen. Der Begriff kennt man auch, dass man sagt zum Beispiel zu einem weiblichen Wesen, die hat aber Haare auf den Zähnen. Das hängt damit zusammen, dass früher eben Haare, insbesondere bei den Männern, ja, als sozusagen, als Zeichen der Männlichkeit galten, wenn sie viele Haare hatten. Und diese Redewendung, die eben mehr heute bei den Frauen gesagt wird, sagt dann, wenn die Frau Haare auf den Zähnen hat, dass sie durchaus männliche Eigenschaften angenommen hat. Ja, jetzt möchte ich kurz mal ein bisschen einen Blick in die Geschichte Ihnen da erzählen. und es geht dann darum, was hatte man früher, welche Vorstellungen von der Zahngesundheit oder von der Zahnästhetik hatte man früher, welche Möglichkeiten hatte man, hatte man Zahnverzierungen, hatte man Zahnersatz oder haben die Leute einfach früher nur unter Zahnschmerzen schrecklich gelitten. Ich habe jetzt einige Kulturkreise ausgewählt. Zu viele Kulturkreise würde eben sie etwas langweilen. Und ich habe jetzt Kulturkreise ausgewählt, bei denen auch wir entsprechend Information haben über Bezüge über die Zahngesundheit. Ich gehe jetzt mal nach Mittelamerika, die Kultur der Mayas. Diese ist bekannt hier und aus Grabfunden hat man sehen können, dass an den Zähnen doch Verzierungen, Veränderungen vorgenommen worden sind und man nimmt an, dass diese Verzierungen der Zähne wahrscheinlich religiöse oder rituelle Gründe gehabt haben. Da hier nur ein Beispiel, dieser Schädel eines Maya-Mädchens aus dem 9. Jahrhundert vor Christus zeigt hier Präparationen der Zähne und Einlagefüllungen aus Edelsteinen, aus Türkisen und teilweise Jade. Und was auch interessant ist, diese Einlagen, diese Steineinlagen sind befestigt worden mit Zementen, mit Calciumphosphaten, Siliziumverbindungen, Zemente, die wir heute im Prinzip ja auch noch haben, um Kronen zu befestigen. Ganz klar, heute ist die Technik ein bisschen feiner. Wir haben das viel feiner gemahlen, damit es auch besser sitzt. Aber das war schon ganz beeindruckend und hier ist eine Rekonstruktion. Kann man sich in etwa vorstellen, wie schwierig es damals war, in die Zahn-Haar-Substanz so saubere Kavitäten einzupräparieren und dann mit diesen geschliffenen Steinen zu versorgen. Gehen wir weiter jetzt, auf dem gleichen Gebiet sozusagen, einige, sagen wir mal, Jahrhunderte, Jahrtausende später. Bei den Azteken fanden sich ähnliche Rituale. Bei den Azteken fanden sich genauso in Gräbern die Steineinlagefüllungen. Man fand auch Zuspitzungen der Zähne und auch witzigerweise, weil hier ja mehr überliefert ist, zu den Techniken der Zähne. Da hatten diese Azteken eine spezielle Technik, um Zahnschmerzen zu behandeln, war unter anderem das Kauen von scharfen Chili-Schoten. Da kann man sich vorstellen, dass das eben alles nimmt, die Zahnschmerzen, und dass man da auch keine weiteren Beschwerden mehr hat, sondern man hat erstmal den Chili-Geschmack. Ein ganz kurzer Ausblick jetzt zu den heutigen nicht-industrialisierten Gesellschaften, wo wir Zahnverstümmelungen auch noch finden. Diese Zahnverstümmelungen oder Zahnzuspitzungen, die haben vorrangig eben Gründe, religiöse Gründe oder Gründe, eben, dass man zum Ausdruck bringen möchte, dass jemand einem bestimmten Stamm zugehört. Die südamerikanischen Indios haben zum Beispiel auch Zahnfeilungen, Zuspitzungen der Zähne, was wahrscheinlich zum Ausdruck bringt, dass man also voller Energie ist, dass man kampfeslustig ist, und man nimmt auch an, dass wahrscheinlich die Piranhas in irgendeiner Weise nachgeahmt werden sollen, eben mit diesen spitzen Zähnen, und da weiß man, das ist also nicht gerade ein Schmusetier. In Afrika findet man auch heute noch Entfernungen von Zähnen, Zahnverstümmelungen, das sind vor allem Namibia, Äthiopien, da werden Zähne ausgebrochen, um dann auch zum Beispiel Pflöcke in den Unterkiefer zu rammeln, damit er eine bessere Fixation hat, also entsprechende Besonderheiten. Dann die Insel Malekula, eine spezielle Insel, die liegt südöstlich von Neugunea, man kennt sie vielleicht aus den Berichten, Berichten, eher als Menschenfresser, Insel, da waren tatsächlich Befunde oder Berichte über Kannibalismus aus dem Jahre 1969, und diese haben die Gepflogenheiten, unter anderem, frauenzeitliche Schneidezähne auszuschlagen, und ich habe dann auch ein bisschen nachgelesen, und dann stand dort, also wenn ein Mann mit einer Frau zufrieden war, dann wurden noch weitere Zähne ausgeschlagen, sozusagen als Besitzstand, oder man könnte auch sagen, zur Minderung eben der Attraktivität, es gibt also verschiedene Vorstellungen. Auch in der Gebirgsregion von Vietnam gibt es so ganz spezielle Bräuche, die dann auch sozusagen dann Hinweise geben, das ist der spezielle Stamm, der sich eben damit beschäftigt, der dazugehört, da werden auch die Zähne zugespitzt, man will ja nicht aussehen wie ein Hund, man hat eben spitze Zähne, man hat da so eine gewisse Aggressivität. Jetzt zum anderen Kulturkreis, jetzt sozusagen wieder nach Eurasien, Mesopotamien, ja die Sumerer, südliches Mesopotamien, da haben wir nicht so viele Überlieferungen, da haben wir die Keilschriften, die man gefunden hat, die man versucht hat, entsprechend zu interpretieren, und da ist eine ganz interessante Geschichte vermerkt in einer Keilschrift aus dem Jahre 4000 vor Christus, da fand man den Hinweis, dass die Zahnschmerzen, die man damals hatte, wahrscheinlich auf Würmer, ja, auf Lebewesen in dem Zahn zurückzuführen sind. Man hat also die Theorie des Zahnwurmes, der im Zahn sitzt, und die Therapie gegen den Zahnwurm war einfach räuchern, ja, also den Kopf vor irgendwie eine Quelle des Feuers zu halten und den Wurm auszuräuchern. Interessanterweise hat sich diese fixe Idee des Zahnwurms sehr, sehr lange gehalten, und das ist eine Elfenbeinschnitzerei aus dem 17. Jahrhundert, die man in Frankreich gefunden hat, da war man eher noch, auch noch genauso ein bisschen, ja, sagen wir mal, voller Unkenntnis, was dazu geführt haben könnte, wie die Zähne karriös auch werden. Ja, dann gleiche Gegend, nur ein paar tausend Jahre später, Mesopotamien, das ist die Gegend von Babylon, da findet man erste Berichte über Regeln und Gesetze, wie man sich verhalten sollte, wenn bestimmte Körperteile eines Menschen verletzt werden. Und da gab es die Gesetze, zum Beispiel auch Bedeutung von Auge und Zahn, das habe ich jetzt herausgesucht, da ist unter anderem in einem Gesetz, wenn man das Auge eines Standesgleichen verletzt, dann wird auch das Auge des Anderen verletzt. Verletzt man das Auge eines Untergebenen, dann muss man zahlen, ja, dann muss man eine Miene Silber zahlen. Geht es um den Zahn, Standesgleichen, heißt es, wird genauso bezahlt. Aber das sehen wir auch bei dem Untergebenen, der Zahn ist schon einiges billiger als das Auge, er kostet nämlich nur noch ein Drittel einer Miene Silber. Aber man hat schon festgelegt, dass die Bedeutung eben dann, wenn Verletzungen stattfinden, dass entsprechend gestraft wird. Jetzt wieder die gleiche Region zu dem Assyrischen Reich. Hier sehen wir die Ausdehnung des Reiches, das Neu-Assyrische Reich. Da gibt es auch Berichte dann über die Ärzte. Man hat dann nachgedacht über Behandlungen. Es gibt da keine Berichte groß über Zahnschmuck oder Zahnverzierungen. Und Zahnfeilungen habe ich auch nicht gefunden, aber man hat Hinweise, dass man etwas getan hat, um die Zahnschmerzen zu beheben. Und da ist vermittelt noch von dem Hofarzt des mächtigsten Königs des Syrischen Reiches, der ihm dann die Information gegeben, dass eine Entzündung, die der Sohn des Königs hatte, dass diese Entzündung, von der sein Kopf, die Hände und Füße betroffen sind, dass diese wahrscheinlich auf den Zahn zurückzuführen sind. Und er müsse gezogen werden. Die Extraktion war ja damals häufig die Therapie der Wahl, weil man nicht so viele andere Möglichkeiten hatte. Jetzt zur gleichen Region, ein bisschen verschoben hier, zu den Hebräern, das Alte Testament, dass man annimmt, dass in etwa 800 bis 200, 100 vor Christus, dass hier entsprechende Schriften gesammelt worden sind. Und hier wird die Bedeutung der Zähne mehrfach erwähnt. Hier wird unter anderem auch dann geschrieben, ja, gesunde Zähne im Hohelizanemus. Gesunde Zähne sind ein Zeichen für Schönheit und Symbol für Stärke. Sind die Zähne nicht mehr vorhanden? Ja, dann ist man schwach und gebrechlich. Oder im dritten Psalm David wird der Schluss gezogen, dass seine Feinde machtlos wurden, weil sie ihre Zähne verloren hatten. Oder es wird auch erwähnt, ja, im Psalm Aufherr, du schlägst alle meine Feinde auf die Backe und zerschmetterst der gottlosen Zähne. Also auch hier die Bedeutung der Zähne für Macht, ja, für eben Durchsetzungsvermögen, für Aggressivität. Erwähnt werden muss auch hier Talmud, das bedeutende Schrifttum des Judentums. Hier gibt es ganz präzise Vorstellungen von Ästhetik, ja, von eben Anmut oder, sagen wir mal, Überzeugungskraft. Hier wird geschrieben in Becherroth, wem die Zähne ausgefallen sind, der ist zum Priester dienstuntauglich, weg des schlechten Aussehens. Und ein Priester, dessen eine Lippe die andere überragt, ist dienstuntauglich. Na, dafür konnte er nicht. Das ist die Progenie genetisch bedingt. Aber zumindest man sollte auf die Zähne achten, sonst kann man nicht mit entsprechender Würde oder Durchsetzungsvermögen auf die Zähne achten. Auch erwähnenswert ist hier die Bemerkung, dass ein junges Mädchen als hässlich kannt, weil der Zahnersatz nicht schön war und ein Priester hat sich das Mädchen erbarmt und es hat einen goldenen Zahn bekommen und man findet auch den Hinweis, ja, Zahnersatz ist weibliche Schmucksachen. Also als Mann hat man nicht unbedingt, höchstens man wollte Priester werden, hat man auf die Zähne geachtet. Dann auch die Bibel, kurz, da sind eine ganze Menge, die Bedeutungssätze habe ich jetzt einfach mal aufgeschrieben, ja, Auge um Auge, Zahn um Zahn, ja, Hand um Hand, ja, Fuß um Fuß, das waren Regeln, die rechte hebräischer Sklaven, ja, zum Vergehen gegen Leib und Leben. Oder auch, was im Evangelium von Matthäus aufgeführt ist, ja, die aber, für die das Reich bestimmt war, werden hinausgeworfen in die äußerste Finsternis und dort, geht es auch nicht schlecht, dort werden sie heulen und mit den Zähnen knirschen. Also auch hier wieder die Bedeutung der Zähne. Dann etwas wieder mit der Zeit, na, etwas schneller voran hier, finden wir im Gebiet des heutigen Libanon Ausgrabungen hier, ja, in der Nähe der antiken Stadt Sidon, finden wir einen Unterkiefer mit Zahnersatz. Vorsichtig hier mit Golddraht befestigt, es waren geschnitzte Elfenbeinzähnchen, die man verwendet hat, um die fehlenden Zähne zu ersetzen. Also hier war auch, ja, fehlende Zähne war eben nicht attraktiv, man hat hier versucht, das Ganze zu ein bisschen rekonstruieren. Und auch zu den Ägyptern jetzt wieder, das ein bedeutendes Reich auch war. Hier wird beim Alten Reich, insbesondere der Pharao Diose, hat sich sehr beschäftigt mit Erkrankungen. Und bei ihm war es so, dass er bereits bestimmte Ärzte hatte für bestimmte Erkrankungen. Und es wurde auch hier formuliert, es gab also Ärzte für die Zähne, für die Augen, für den Bauch und für verborgene Erkrankungen. Und die Ägypter, nach Ausgrabungen, war bekannt, dass sie doch sehr schlechte Zähne hatten. Hängt wahrscheinlich mit der Ernährung zusammen. Sie haben sich sehr mit Brot ernährt. Brot wurde gemahlen. In dem Mahlpartikelchen waren sehr grobe Körner. Und so kam es zu einem massiven Abrieb. Und dieser massive Abrieb hat zur Freilegung der Pulper geführt und dann zu absessen. Sodass man häufig nichts anderes hatte an Möglichkeiten, als die Zähne zu extrahieren, was meist gemacht worden ist. Erwähnenswert sind auch bei den Papyridokumenten, das Papyrus Ebers. Das ist eines der ältesten erhaltensten Texte auf Papyrusblatt geschrieben, mit medizinischen Themen. Dort werden auch wieder die Zahnentzündungen, die Defekte des Zahnhalses, die Schmerzen erwähnt. Und immer wieder findet man auch dann Blasen und Entzündungsprozesse. Und auch hier auf der Tafel kann man erkennen, was man als Therapie vorgeschlagen hatte, die Zähne zu extrahieren. Eine ganze Reihe von verschiedenen Instrumenten standen damals zur Verfügung. Und auch der erste Zahnarzt, der wirklich als solcher erwähnt wird, namentlich, war unter dem Regie von dem Pharao Diosa. Der hatte seinen Zahnarzt, ein hoher altägyptischer Beamter, der Hesireh, der in der Lage war, den er gerühmt hat, der größte der Ärzte, die die Zähne behandeln. Und wenn wir diesen Schädel betrachten, da kann man sich schon vorstellen, dass die Ägypter immens gelitten haben. Wir sehen die hohe Abrassivität, wir sehen die kaliöse Läsion und auch hier Fistelgänge, Abszesse. Und man kann sich vorstellen, dass die dann doch immens gelitten haben. Man sieht ja auch so ein bisschen Versuch eben des Zahnersatzes. Gehen wir weiter jetzt zu Europa. Griechenland hat sehr entscheidend die europäische Zivilisation geprägt. Greta war damals der höchstentwickelte Kulturbereich Europas. Für Griechenland war bemerkenswert die Verehrung der Unterwelt. Und als Symbol sozusagen der Unterwelt, für die Heilung, war die Schlange da. Und die Schlange galt eben dann später als Wahrzeichen des griechischen Gottes, der Heilkunde Asklepios. Und wenn man bei der Therapie sich dem Symbol der Schlange bedient hat, dann hatte man göttlichen Beistand. Auch zur Unterwelt, zu der damaligen Zeit, gehören die Gorgonen, die Huma beschrieben hatte als schreckliche Phantome des Hades. Diese Gorgonen, Sie sehen, hatten dann die Haare, waren Schlangenköpfe. Und auch bemerkenswert die Zähne, die beschrieben werden aus Messing und so groß wie Hauer von Keilern. Also auch da waren die Zähne für die Aggressivität, für die Kampfeslust, für zur Furchteinlösung. Wir gehen weiter jetzt dann zu Hypocrates, der muss absolut erwähnt werden. Er hat sich dann beschäftigt mit den Therapien, mit den Erkrankungen. Er hat die grundlegenden Körpersäfte beschrieben. Und er hat auch beschrieben, was man tun könnte bei Zahnschmerzen. Er hat die Zahnschmerzen. In der Regel, wenn er faul ist, muss er gezogen werden. Und auch bei den Säften hat er gewisse Probleme. Und die Therapie hier auch wieder die Zange, die uns hilft hier. Dann zu den Etruskern, weiter zum Römischen Reich. Die Etruskern, die gingen ja später dann auf im Römischen Reich. Aber man fand bei ihnen bemerkenswerte Zahnfunde, Zahnrekonstruktionen. Diesmal waren es keine Elfenbeinzähne, die verwendet worden sind, sondern man hatte Zähne genommen von Kälbern und Ochsen. Klar nahm man junge Tiere, die keinen Abritt zeigten. Und es waren also hier gelötete Bänder, um das Ganze zu befestigen und zu stabilisieren, um eben dann die Ästhetik zu haben. Jetzt zum Römischen Reich. Celsus muss erwähnt werden, er hatte dann sich beschäftigt mit den Entzündungen, mit den Entzündungsprozessen, nicht nur mit der Zahnmedizin. Er hatte die Begriffe eben Schwellung, Überwärmung, Rötung und Schmerz. Und er hat beschrieben als den Zahnschmerz eine der schlimmsten Qualen, die man erleiden kann. Und das sollte man dann im Prinzip mit heißen Umschlägen, Mundspüllösungen, Dampfanwendungen, Abführmittel etc. So könne man den Schmerz beseitigen. Er hat, was interessant ist, auch darauf hingewiesen, dass schwarze Flecken, Zahnkosmetik, diese sollen entfernt werden. Die sind nicht ästhetisch. Da soll man etwas tun. Und er empfahl eine Mischung aus zerriebenen Rosenblättern, Galläpfel und Mürre. Und interessanterweise zur Desinfektion empfahl er eine Spülung mit Wein. Dann auch sehr nett durchzulesen fand ich die Empfehlung von Naturalist Plinius, der Ältere, der bei dem Ausbruch des Vesuvs verstarb. Er hatte so ganz spezielle Methoden. Auch hier litten wirklich die Bevölkerung immens unter Zahnschmerzen. Also eine Methode besteht darin, man fängt sich einen Frosch, reißt das Maul auf, spuckt hinein und sagt die Formel, Frosch, geh und nimm meine Zahnschmerzen. Oder noch vorbeugend gegen Zahnschmerzen, es muss noch vorbeugend sein, wenn man noch keine hat, dass man zweimal im Monat einer lebenden Maus den Kopf abbeißt, wenn man noch Zähne hat. Ja, deshalb war das vorbeugend. Er gab aber keine Garantie für die Wirkung der Ratschläge. Erwähnenswert, klar ist für uns die Zahnärzte, Apollonia, die Schutzheilige der Zahnärzte, dies geht auf die Zeit der Christenverfolgung zurück. Es war die Tochter eines hohen Beamten aus Alexandria. Sie wurde verhaftet und sollte dem Glauben abschwören. Das wollte sie nicht. Deshalb hat man sie, wie viele Bilder auch zeigen, fest gebunden. Man hat gesagt, man würde sie verbrennen auf dem Scheiterhaufen. Aber vorher wurden ihr ohne irgendwelche Betäubung alle Zähne gezogen. Und sie muss so Schmerzen gehabt haben, als man dann sie in die Flammen gab, soll sie gerufen haben. Alle, die unter Zahnschmerzen leiden, sollen sie anrufen und sie würden dann geheilt werden. Und die Heiligsprechung von ihr war 1634 durch Papst Urban VII. Und seit der Zeit ist sie die Schutzheilige für die Zahnärzte. Schöne Zähne waren nicht in allen Bereichen das Erstrebenswerte. Wir haben ja gesehen, man kann sie zuspitzen. In Japan gab es einen ganz anderen Kulturkreis, bemerkenswert ja, in der Heimperiode, da wurden die Zähne schwarz gefärbt. Da war es besonders attraktiv und erotisch, wenn die Frauen schwarze Zähne haben. Und es war ein Zeichen der Geschlechtsreife und eben der Volljährigkeit. Man hat dazu Eisenmetallische Späne genommen, hat die in Säuren aufgelöst, diese ganzen Korrosionsprodukte gesammelt und damit die Zähne eingeschmiert. Klar musste man das immer wieder machen, weil die Farbe ja abging. Und so hat sich das dann weiter eben sehr etabliert. Später war es dann das Zeichen einer verlobten oder verheirateten Frau, wenn die Zähne schwarz waren. Und Ende des 19. Jahrhunderts hat man diesen Brauch dann verboten. Jetzt zum Mittelalter. Das war in Europa eigentlich keine so ganz gute Zeit. Da waren mehr die Zahnbrecher. Da hat man sich weniger beschäftigt um die Ästhetik, sondern man hat mehr gelitten darunter. Und auch im 18. Jahrhundert wurde berichtet, dass dann von den Reichen die verlorengegangenen Zähne, ja, dass die man versuchte zu ersetzen. Und da hieß es ja, es war üblich, armen Menschen die Zähne zu ziehen. Denn sie leben sowieso nur von dünnen Süppchen und brauchen die Zähne nicht. Und die Reichen haben dann klar nur äquivalente Zähne entgegengenommen. Und in diesem Sinne möchte ich auch hier auf eine Ausstellung aufmerksam machen, die gerade in Mainz läuft. Ja, seelisches Lächeln und höllisches Gelächter. Also im Mittelalter hatte man nicht so ganz viel zum Lachen. Meistens ging man zum Lachen im Keller, weil man keine Zähne hatte. Und diese Ausstellung hier, im bischöflichen Dom, im Dözeiteramt, kann man also bis zum 16. September in Mainz besichtigen. Jetzt habe ich nur einige ausgewählte Beispiele von Persönlichkeiten. Jetzt in der jüngsten Zeit mit der Ernährungsumstellung kam Zucker, kam die Karies und da kam das Leiden der Reichen. Ja, Zucker und die Leiden der Reichen. Nur einige Beispiele. Ja, König Ludwig XIV. Ja, man sieht ihn auch nicht unbedingt immer lächeln. Und damals war die Meinung so, die Zähne als möglicher Herd der Krankheitserregung möglichst schnell extrahieren. Am besten noch, bevor sie krank werden. Ja, damit kein Eiterherd in irgendeiner Weise den Körper gefährdet. Und bei ihm, Ludwig XIV. war es ein Problem. Mit 40 Jahren hat er schon jede Menge Abszesse gehabt, Erkrankungen, ein paar Jahre später Fistelgänge. Und dann hat man angefangen mit der Reinextraktion. Und dabei, ja, ist berichtet worden, hat man einen Teil des Kieferhöhlenbodens mit extrahiert, was zur Folge hatte, dass der arme Mann zum Essen nicht nur in den Keller musste, sondern in den Seitengang, weil ihm sonst beim Essen die Flüssigkeit aus der Nase kam. Und das sind also wirklich unglaubliche Geschichten. Friedrich dem Großen, dem alten Fritz, ging es auch nicht so ganz gut mit den Zähnen. Und er berichtet dann, 46-Jährig, meine Haare sind grau, meine Zähne fallen aus, mein Hemd hat Falten, ja. Und er sagte auch einige Jahre später, er könne seine geliebte Flöte nicht mehr spielen, weil er keine Vorderzähne mehr habe. Und er hat ein ausgeprägtes Misstrauen, nicht nur gegen Zahnärzte, sondern gegen Ärzte. Ärzte sind nur unfähige Zeugen des Leidens unserer Zeit. Und typisch, ja, wenn man den Gesichtsausdruck anguckt, ja, er ist geschlossen, der Mund, er ist ernst, er schaut nicht gerade lustig. Wolfgang Amadeus Mozart hat ein kurzes Leben, aber auch da hat er sehr unter Zahnschmerzen gelitten. Der Vater hat berichtet, der Wolfgang hat müssen sechs Tage mit geschwollenen Gesicht das Haushüten. Die Wangen waren von außen und innen geschwollen und das rechte Auge, er konnte nur Süppchen essen. Und er starb mit 36 Jahren, die Ursache unklar verschiedener Infektionen. Georg Washington, auch von ihm ein typisches Bild, man sieht ihn immer in allen Gemälden mit geschlossenem, ernsten Mund, ja, eher leidend. Und er hielt eben den Mund immer, fast immer geschlossen. Als er 47 Jahre alt war, hatte er nur einen Zahn und mit 40 Jahren bereits quälte er sich mit Zahnersatz, der alles andere als gut passte. Deshalb vermiet er es, in der Öffentlichkeit zu sprechen oder groß eben zu reden. Und auf dem nächsten Bild sieht man, ja, was man damals getan hat, welche Möglichkeiten, um eben irgendwelche Zähne im Mund zu haben. Das ist seine Prothese, die er hatte, ja, geschnitzt aus einem Elfen-Nilpferdzahn, ja, und da hat man natürliche Zähne aufgesetzt. Man kann sich vorstellen, dass es alles andere als passt, dass es im Prinzip ja eigentlich nur Schmerztier und es ist berichtet worden, dass er bei offiziellen Mahlzeiten eher Nebenraum ging, um dort seine Mahlzeiten zu sich zu nehmen. Johann Wolfgang von Goethe, auch hier Gesichtsausdruck, typisch für die Zeit, er ebenfalls ist berichtet worden, dass er sehr, sehr starke Zahnschmerzen hatte, Eiterungen, Schwellungen und hat auch viele Extraktionen erleiden müssen. Und von ihm, er beschreibt, ich neide nichts, ich lasse es gehen und kann mich immer manchem gleich erhalten. Zahnreihen, aber Junge, neidlos anzusehen, das ist die Prüfung meines Alten. Und im 17. und 18. Jahrhundert litten 80% der Bevölkerung unter heftigen Zahnschmerzen. Genauso ging es, siehste von Österreich, sie war hübsch, aber sie hat kaum gelächelt, weil sie hässliche Zähne hatte und so wurde berichtet, dass sie auch beim Sprechen den Mund kaum aufgemacht hat, um ihre Zähne eben nicht zu zeigen. Die Aussprache wird berichtet, war undeutlich, ja, und man konnte ihr kaum zuhören. Jetzt mein letztes Beispiel, ja, um diese Geschichte des Leidens der Zähne, ja, abzuschließen, ja. Thomas Mann, Buttenbrocks Verfall an der Familie, Nobelpreis 1929, hier wird berichtet, beschreibt Thomas Mann sehr schön die Leiden von Thomas Buttenbrock. Er schreibt, ein Backenzahn, er ist natürlich hohl, er ist unerträglich, immer gleich raus damit, das ist das Beste. Das war damals die Meinung, die Zähne, wenn sie irgendwo Defekte zeigen, raus damit, sonst kann noch Schrecklicheres passieren. Er sucht dann der Senator Buttenbrock einen Zahnarzt auf und dieser versucht, den Zahn zu extrahieren. Und Thomas Mann beschreibt sehr schön, der Schmerz wächst und wächst bis ins maßlose und unerträgliche, bis zur eigentlichen Katastrophe, bis zu einem wahnsinnigen, kreischenden, unmenschlichen Schmerz, der das ganze Gehirn zerreißt. Also die Schmerzen waren schon katastrophal, dann bricht der Zahn noch ab, der Nervschmerz schien betäubt zu werden, und der Senator Buttenbrock begibt sich dann auf dem Weg nach Hause. Ihm geht es nicht gut, es wird beschrieben, es war, als würde sein Gehirn ergriffen von einer unwiderstehlichen Kraft und er schlug mit ausgestreckten Armen von über auf das nasse Pflaster. Er wurde dann gefunden und nach Hause gebracht. Zu Hause sah man, dass sein Zustand nicht gut war, also hat man den Doktor Langhals geholt und dieser sprach von menschlicher Ohnmacht, sowie von der Unmöglichkeit, die Frage zu beantworten, ob Herr Buttenbrock die Nacht überleben werde oder in der nächsten Minute abberufen werde würde. Also schickte man dann zu Pastor Pringsheim. Herr Pastor wurde geholt und Thomas Buttenbrock fuhr fort gebrochenen Auges, die Lippen zu bewegen und gurgelnde Laute auszustoßen. Mach end, oh Herr, mach end mit all der Not. Und Herr Senator Buttenbrock war an einem Zahnschmerz gestorben. Ja, ganz so schlimm ist es heute glücklicherweise nicht. Also ich habe versucht, Ihnen zu vermitteln, die Zahne, Zähne müssen gepflegt werden, um dieses attraktive Lächeln zu haben. Muss man eine ganze Menge tun. Hier habe ich nur ein paar Beispiele mitgebracht. Ja, es gibt es wie die Fußballfans, die nationalen Bürsten. Ich habe die griechische Bürste leider nicht gefunden, da war also scheinbar keine große Nachfrage da. Hier haben wir die deutsche Bürste, wir brauchen sicher noch die italienische und die französische Bürste und ich danke ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ich denke, wir machen gleich weiter und werden die Fragen am Ende des Blogs bringen. Als nächstes wird der Private-Zent Dr. Kaschai reden über die Möglichkeiten der Rotenästhetik und es werden einige Studien auch gezeigt und einfach mal anhand von Bildern und Beispielen, was man alles machen kann, um das Fundament der Zahnerhaltung zu gestalten. Ja, vielen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich grüße Sie natürlich auch recht herzlich und möchte auch gleich nahtlos fortfahren. Die Pathodontologie, das ist der Teilbereich der Zahnmedizin, der sich mit dem Fundament, sage ich mal, auseinandergesetzt hat, mit dem Zahnhalterapparat. Zweifelsohne ist es der Bereich der Zahnmedizin, der heute die Grundvoraussetzung ist für jegliche Zahnärzttherapie. Ich sage immer, es fängt alles mit der Pathodontologie an und es hört auch alles mit der Pathodontologie auf. Also es ist die Grundvoraussetzung für Chirurgie, für Implantate, für weiße Ästhetik, aber auch für Zahnersatz und kieferorthopädische Behandlung. Auf der anderen Seite ist die Pathodontologie heute auch eine wichtige Schnittstelle zur Medizin geworden. Sie sehen hier einfallen eine sehr junge Patientin und das ist sicherlich kein gesunder Zustand. Time Magazine 2004 auf der Titelseite Zusammenhang zwischen chronischen Entzündungen und Herz-Kreislauf-Erkrankung, Krebserkrankung, Alzheimer und hier die Bezeichnung Inflammation, the secret killer. In dem gleichen Artikel wurde auch erwähnt, dass man die chronische Entzündung in der Mundhöhle durch den Einsatz von Zahnseide minimieren kann. Und seitdem wurden viele Untersuchungen durchgeführt, die diesen Zusammenhang zwischen Pathodontitis als chronische Entzündung und allgemeine Erkrankung versucht herzustellen, unter anderem koronale Herzerkrankungen, niedergewichtige Frühgeburten, Diabetes und es hat sich mittlerweile in den letzten Jahren auch der Teilbereich der pathodontalen Medizin etabliert. Es ist eine ganz aktuelle Broschüre aus den USA, wurde gesponsert von USA Today Men's Health und die Mayo-Klinik war noch involvierter, basierend auf diesen Arbeiten Floss or Dyer. Das ist die Überschrift da. Das heißt, benutze Zahnseide oder stirpe. Gleichzeitig kommt man zu dem Schluss, dass sehr wenig Patienten heute überhaupt Zahnseide benutzen. Hier spricht man von weniger als 50 Prozent. Die Zahnen Zahnseide sind sehr, sehr gering. Also die Zahnseide hat heute keine sehr große Akzeptanz bei unseren Patienten. Der zweite Teil der Broschüre geht auf mögliche Zusammenhänge ein. Das ist jetzt von Zusammenhang zwischen Pathodontitis Teston, Erektidysfunktionen, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Renalinsuffizienz, Asthma. Man muss klar sagen, dass diese Zusammenhänge nicht alle wirklich gut nachgewiesen wurden. Also der Evidenzgrad ist eigentlich heute nur für Diabetes und koronale Herz-Erkrankungen da. Aber wie gesagt, man hat sich auf diese Zusammenhänge konzentrierter und man kommt dann zu dem Schluss, remember if you ignore your teeth, they will go away und noch als kleiner Beisatz and possibly lead to early demise. Das heißt, erinnere dich, wenn du deine Zähne ignorierst, du wirst sie verlieren und eventuell führt das zu einem früheren Ableben. Ganz so schlimm ist es nicht, aber wir wissen heute um diese Zusammenhänge primär etiologischer Faktor für die Paterontitis ist der dentale Biofilm und wir wissen, dass eben diese Bakterien aus diesem dentalen Biofilm auch in den Kreislauf gelangen können, dort verteilt werden können und dementsprechend zum Beispiel zu koronalen Herzerkrankungen führen kann oder die Beeinflussung von Diabetes und umgekehrt. Also man weiß schon ungefähr, wo die Zusammenhänge bestehen und es werden viele Studien durchgeführt. Es gab dann auch eine Studie, die gesagt hat, okay, Schwangere mit Paterontitis haben erhöhte Gefahr von niedergewichtigen Frühgeburten und da hat man auch Folgestudien durchgeführt und konnte das nicht wirklich nachweisen. Nun, wie entsteht Paterontitis? Wir wissen heute, der primär, der etiologische Faktor ist der dentale Biofilm. Wir haben pathodontal pathogene Keime in diesem Biofilm. Denken Sie an die aktuelle Listerine Werbung mit dem Bote. Genau damit möchte man diesen Biofilm verdeutlichen. Und auf der anderen Seite haben Sie auf der Seite des Wirtes die immunologisch inflammatorische Reaktion, das heißt die Wirtsreaktion und das Ganze wird beeinflusst durch genetische Risikofaktoren auf der einen Seite, das heißt das können wir nicht beeinflussen, auf der anderen Seite haben wir Umwelt und erworbene Risikofaktoren, die können wir teilweise beeinflussen, dazu wird gehören zum Beispiel das Rauchen oder Diabetes. Das heißt zusammenfassend ganz klar Feind Nummer eins ist der dentale Biofilm, hier schön gezeigt und auf der anderen Seite haben wir diese immunologisch inflammatorische Wirtsreaktion nun wenn ich meinen Patienten versuche so die Bedeutung der Pathodontitis zu erklären mit was wir es zu tun haben das ist so ein Patient mit einer moderaten Form der chronischen Pathodontitis die aber den gesamten Oberkiefer und Unterkiefer befallen hat diese Wundfläche entspricht ca. 72 Quadratzentimeter was ungefähr der Handinnenfläche oder einem 5-Euro-Schein entspricht jetzt können Sie sich vorstellen wenn Sie solche Wundfläche irgendwo anders am Körper haben würde sich wahrscheinlich jeder sofort in der Notaufnahme vorstellen auf der anderen Seite in der Mundhöhle scheint es viele nicht zu stören wenn wir uns mal die Zahlen anschauen und Sie haben eben schon die Zahlen gesehen die vierte deutsche Mundgesundheitsstudie was die Cardiussanierung angeht was die Cardiussanierung angeht da ist Deutschland Weltklasse absolut Weltklasse wie sieht es mit den Paterdontal Erkrankungen aus Katastrophale mehr als 50% der Erwachsenen leiden heute unter einer mittelschwermen Form der Paterdontitis 20% haben eine schwerde Form der Paterdontitis bei den Senioren ist es noch schlechter knapp 50% der Senioren haben eine mittelschwere Paterdontitis 40% eine schwerde Form der Paterdontitis was bedeutet das ich habe mal hier geschaut der Statistisches Bundesamt diese klassischen Alterspyrdermiden das ist das Jahr 2010 hier die Prognose für das Jahr 2060 und schauen wir uns jetzt mal die Bevölkerungsgruppe der 35- bis 45-jährigen an weiblich männlicher hier so ungefähr circa eine Million Menschen hier ist es etwas mehr also sagen wir hier haben wir circa 14 Millionen Menschen wird bedeuten mittelschwere Form der Paterdontitis circa 7 Millionen schwerde Form ungefähr sagen wir 3 Millionen das sind 10 Millionen Paterdontal Erkrankte nur in dieser Altersstufe dem gegenüber werden im Moment in Deutschland ungefähr laut GKV das heißt die meisten Deutschen sind in der gesetzlichen Krankenversicherung es werden circa 700.000 Paterdontal Behandlungen im Jahr abgedechneter jetzt können Sie sich vorstellen wie lange war bedeutend um nur diese Altersklasse hier abzuarbeiten und da sind gar nicht die Fälle die neu hinzukommen oder die bedeut werden müssen einbedechnet also da hinken ganz ganz stark hinterher und jetzt fragt man sich wieso ist das so wieso machen die Zahnärzte so wenig Paterdontal Erkrankung es könnte da dann liegen dass es nach wie vor dass in Deutschland sehr wenig präventive Inhalte zu finden sind das heißt auch in der Ausbildung lernt der Student sehr früh Zähne zu präparieren Brücken Kronen herzustellen bevor er mit präventiven Inhalten konfrontiert wird das könnte eine der Ursachen sein Schauen wir uns das jetzt mal so klinisch an wie sieht das aus hier eine Röntgenaufnahme eine Übersichtsaufnahme des Oberkiefers und des Unterkiefers Sie sehen hier das wäre so der klassische erwachsene Pathodontitis Patient und Sie sehen dass hier die einwurzeligen Zähne etwas weniger stark betroffen sind von dem Knochenabbau im Vergleich zu den mehrwurzeligen Zähnen und wir wissen heute dass die Zähne die am häufigsten verloren gehen sind die Oberkiefer Molaren gefolgt von den Unterkiefer Molaren gefolgt vom ersten Prämolar das heißt alle mehrwurzeligen Zähne gehen vermehrt verloren im Vergleich zu den einwurzeligen Zähnen und da ergibt sich so dieses klassische Schmetterlings Bild das heißt eine etwas weniger starke Ausprägung der Pathodontitis im Bereich der einwurzeligen Zähne und dafür im Bereich der Backenzähne eine stärkere Ausprägung und das ist so was wir tagtäglich in der Klinik sehen und wenn Sie hier das Knochenangebot sich jeweils hier noch im Bereich des zweiten Prämolan anschauen und dann im Vergleich erst der zweite Backenzahne dann sehen Sie immer sehr deutlich hier den Unterschied jetzt kann sich fragen wieso ist das so es liegt an der Anatomie und Topografie es ist so eine Eigenart der Natur bei diesen mehrwurzigen Zähnen Sie sehen hier dass wir so diesen Eingang haben zwischen diesen beiden Wurzeln dann haben wir hier so ein Dach diese Fugation so wie wir das nennen und jetzt können Sie sich vorstellen wenn das hier einmal offen liegt und sich so ein dem Biofilm dort angelagert hat dass man den nur sehr schwierig von diesen Bereichen entfernen kann noch schwieriger wird es in diesen Bereichen an solchen Einziehungen diese Konkaritäten an den Wurzelinnenflächen deshalb machen uns als Kliniker auch diese Zähne besonders viel Kopfschmerzen dann gibt es hier noch so Besonderheiten fusionierte Wurzeln das heißt hier kommen sie gar nicht mehr dann unterschiedliche Konvergenzen Divergenzen der Wurzeln Sie sehen auch so was hier so eine Wurzellide eigentlich gar nicht hingehört und auch diese starke Krümmung ist auch nicht gewöhnlich dann haben auch so ganz seltene Strukturen so eine Schmelzperle die sich genau dahin gesetzt hat wo sie nicht hin soll nämlich hier an den Eingang dieser Fugation dementsprechend ist dieser Zahn auch verloren gegangen trotz aller Bemühungen die wir da reingesetzt haben nun ich möchte Ihnen jetzt drei Patienten vorstellen und die repräsentieren eigentlich so das gesamte Spektrum das ist der Lehrer Mitte 50 der sich vorstellt sagt okay in den letzten Jahren ich habe das ganze bisschen schleifen lassen meine Frau hat mir gesagt dass ich unschön aus dem Mund rieche und ich soll zum Zahnarzt gehen Sie sehen hier schon die klassischen Zeichen der Patentitis die Zähne sind länger geworden teilweise sind sie gedreht wir haben Entzündungen des Zahnfleisches Rötung Blutung Exudat gelockerte Zähne Sie sehen hier die Fugation dieser Mehrwurzigen Zähne ist hier exponiert auf der anderen Seite eine Patientin Anfang 20 also sehr viel jünger auch hier sehen Sie schon eine massive Rötung Entzündung des Zahnfleisches ohne dass wir das war jetzt bei der Erstvorstellung Sie sehen sie hat hier schon spontan zwei Zähne verloren Sie sehen hier Fußausdritt aus der Tasche und wenn Sie sich das Röntgenbild anschauen sie ist Anfang 20 der normale Knochenverlauf wäre hier so ein Millimeter unter hier der Schmelz Zementgrenze in diesem Bereich das heißt hier schon massiver Knochenabbau im Oberkiefer und Unterkiefer und die dritte Gruppe der Patienten der ist Anfang 50 nach Nierentransplantation medikamentös eingestellt mit Immun Subgressiva und auch hier sehen Sie eine Wucherdung des Zahnfleisches hier teilweise Zähne die jetzt nur noch so an einem Stückchen Zahnfleisch hängen und Sie sehen der erste Patient da haben Sie diesen Zusammenhang zwischen der Menge der bakteriellen Auflagerung und dem gedauerten Destruktion bei den anderen beiden Patienten ist das Problem eher auf der Seite des Wirtes sprich die immunologisch inflammatorische Reaktion die im Vordergrund steht Nun wie diagnostiziere ich den klassischen Pathodontitis Patienten was sind die richtigen Parameter dass in der Praxis dass mir kein Patient durch die Lappen geht damit ich das rechtzeitig erkenne das kann auch schon ein Patient sein der 12 oder 13 ist in diesem Fall diese Patientin war 17 wenn Sie jetzt so schauen ist eigentlich erstmal nichts auffällig also das sind hier Verfärbungen die sind nicht dramatisch die Mundhygiene würden Sie als mäßig bezeichnen und wenn Sie sich so das Gewebe von der Textur und der Farbe anschauen ist auch zunächst mal nichts auffällig die Frage ist welche Parameter wende ich jetzt an um einen Pathodontitis Patienten zu identifizieren ist es mikrobiologisches Testverfahren darüber wird viel diskutiert dass man die Keime aus den Taschen bestimmt Sie haben heute genetische Tests um die Veranlagung für Enzynzideaktion zu bestimmen das sind diese Interleukin 1 Tests Sie haben klinische Parameter wie das Bluten das heißt wenn Sie mit so einer Sonde entlang des Zahnfleisches entlang streichen dann können Sie hier danach sehen ob das Gewebe blutet oder nicht und die einfachste Form ist Sie nehmen eine pathodontale Sonde und tasten jeden Zahn zirkulär ab und dann sehen Sie bei dieser Patientin an diesem Zahn dass der Knochen ein bis in den Bereich der Wurzelspitze geht das heißt was Sie von hier nicht gesehen haben das heißt die einfachste Form eine pathodontale Sonde das heißt ein Instrument zu nehmen und alles abzutasten und dann können Sie das mit so einem Screening Index machen wo Sie erst mal nur Sondieren um den Patienten zu identifizieren und wenn Sie dann hier eine hohe Kodierung haben dann erfolgt so ein eingehender Befund des Zahnhalteappadates der dann so aussieht wo wir dann alle Padameter erheben wo ist der Verlauf des Knochens wo ist der Verlauf des Zahnfleisches sind die Bereiche bei den mehrwurzigen Zähnen offen oder nicht und dann wird natürlich auch der Gedate der individuellen Mundhygiene beurteilt aber so dieser einfache Screening Index mit solch einem Instrument langt völlig aus um den Padontitis Patienten zu identifizieren Nun wie gehe ich jetzt vor mit der Behandlung wie therapiere ich diese Patienten und das ist eigentlich immer das gleiche abgestufte Vorgehen wir fangen immer mit der systemischen Phase an dann haben wir eine kausale oder anti-infektiöse Therapie dann eine kollektive Phase wo alle chirurgischen Verfahren hineingehören und dann ganz ganz wichtig die Bedeuungsphase oder das sogenannte Recaller oder die unterstützende Padontitis Therapie und das ist eine lebenslange Therapie und das vergessen viele Patienten die machen diese Phasen durch und denken dann gut jetzt habe ich einen gesunden Zustand erreicht und lassen sich dann hier nicht oft blicken was ein sehr großer Fehler ist was ist die systemische Phase und das ist ganz wichtig dieses erste Gespräch das erfassen von Risikopatienten das heißt wir wollen wissen wie sieht es aus mit allgemeinen Erkrankungen brauchen Sie eine Endocratitis Prophylaxe Diabetes haben Sie Gelenkersatze wie sieht es aus mit Infektionser Erkrankungen bis Phosphonat ein ganz ganz heißes Thema zurzeit und natürlich ein ganz wichtiger Punkt das Dauchen wie lange dauchen sie wie viel am Tag das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt um sie entsprechend einordnen zu können und dann die kausale oder diese anti infektiöse Therapie da wollen natürlich das Gebiss erstmal hygienefähig wieder gestalten sicherlich müssen auch die Zähne die zu diesem Zeitpunkt nicht erhaltungswürdig sind also irrational to treat würde man sagen die werden entfernt an dieser Stelle dann die professionellen Zahnreinigungen um diesen dentalen Biofilm zu kontrollieren den Patienten zu motivieren entsprechenden Behandlungsplan aufstellen und dann kommt so das Kernstück dieser kausalen Therapie das ist das Scaling und Root Planning das ist die Bearbeitung der Wurzeloberflächen die Hygienephase diese Ptophylaxe fängt an über dem Zahnfleisch Sie sehen hier das sind mineralisierte Belege die wiederum aber locker Auflagerung von diesem dentalen Biofilm enthalten und die müssen initial entfernt werden damit dieser Nachschub hier über dem Zahnfleisch in die Tiefe der Tasche unterbrochen wird das wird dann mit Handinstrumenten durchgeführt oder Ultraschallinstrumenten oftmals auch kombiniert wir haben sowas hier wie Pulverstrahlgeräte um die Verfärbung zu entfernen Polituren hier die Kontaktpunkte müssen gesäubert werden Einweisung im Arbeiten mit Zahnseite wobei wir wissen die Akzeptanz ist das heißt der Patient bevorzugt definitiv Interdental Bürstchen oder sogar Interdental Hölzchen aber das ist immer so die erste Phase die auch ganz wichtig ist in der zweiten Phase geht es dann unter das Zahnfleisch in die Tiefe und und da geht es darum diesen dentalen Biofilm von den Wurzeloberflächen zu entfernen das heißt wir können Schlussfolger dass diese Therapie sehr sehr effektiv ist und die sollte auch nie übersprungen werden also auffällig wird es immer wir operieren gleich oder wir implantieren gleich also diese Therapie sollte nie übersprungen werden es ist wirklich eine sehr sehr effektive Therapie womit wir das ganze System wieder ins Gleichgewicht bekommen können kommen wir jetzt zur kollektiven Phase da geht es so in Richtung Chidurgie das heißt das was uns da noch üblich geblieben wird das wird in dieser Phase behoben wie sah das in der Vergangenheit aus das war aus dem Textbook The History of Parodontology wie sich die Parodontal Therapie in den letzten 100 Jahren entwickelt hat und so hat man damals das Ganze gelöst Sie sehen man hat hier so Lappen gebildet dann hat man dieses enzytische Gewebe entfernt dann hat man mit rotierenden Instrumenten hier den Knochen wieder ausgeformt der durch die Parodontitis verändert war hat hier ordentlich Weichgewebe weggenommen so hat man diese Taschen radikal eliminiert das Ganze wurde vernäht und war sicherlich eine effektive Methode weil die Taschen haben sie eliminiert auf der anderen Seite hatten sie sehr lange Zähne und aus dieser Zeit stammt auch die Phrase if you want your teeth any longer than longer das heißt radikale Taschen elimination war über Jahrzehnte hinweg Standard in der Parodontaltherapie Sie sehen ich kann hier von Sondierungstiefen 8-9 Millimeter auf 2 kommen aber die Zähne werden natürlich länger heute gibt es andere Wege Möglichkeiten wir gehen natürlich heute nicht mehr so radikal vor aber das Prinzip hat sicherlich auch heute noch Gültigkeit das ist so ein Großteil der Patienten die wir heute haben das heißt der klassische erwachsene Patient mit moderaten bis teilweise fortgeschrittenen chronischen Formen der Parodontitis wenn Sie sich das im benötigten Bild anschauen auch hier stärker der Befall der Backenzähne im Vergleich zu den einwurzeligen Zähnen und dann wenn Sie dieses Instrument zur Messung der Zahnfleischtaschen in die Hand nehmen das hier zirkulär abtasten dann sehen Sie physiologisch wären 3-4 Millimeter ohne Blutung Sie kommen hier 7-8-9 Millimeter hinein distal von dem letzten also hinter dem letzten Zahn haben Sie oftmals so eine Verdickung wo Sie noch tiefer hineinkommen und da können Sie dann sehr schön diese Methode anwenden Sie sehen hier die Schnittführung nach dem Öffnen dem Säubern der Wurzeloberfläche und der Sicht dem Entfernen der Wurzeloberfläche des Entzündungsgewebes und dann hier die Struktur die ist verändert als Folge dieser Pathodontitis also es ist immer so eine Art Mondlandschaft die man dort fortfindet und man versucht das hier einigermaßen physiologisch wieder herzustellen Sie sehen den Zustand nach der OP das war der Eingangsbefund und das war die Situation 8 Monate nachdem wir den Patienten operiert haben Sie sehen keine Zahnfleischtaschen mehr entzündungsfreie Situation Sie sehen aber auch die Zähne sind deutlich länger geworden das Gewebe zwischen den Zähnen fehlt und jetzt muss natürlich der Patient optimal mitarbeiten und hier diese Bereiche auch sauber halten das ist Grundfortaussetzung damit wir diese Zähne noch über lange Zeit erhalten können Dann gibt es noch andere Wege wo wir nichts wegnehmen sondern wo wir versuchen was aufzubauen das ist eine Situation wo auch eine sehr junge Patientin wo der Weißheitszahn entfernt wurde danach verblieb so ein großer Defekt wo der Hauszahnarzt meinte okay jetzt entfernen wir auch noch den zweiten Backenzahn war die Patientin nicht einverstanden und hier mit einem Biomaterial diesen Defekt aufgebaute mit einem Membran abgedeckte und Sie sehen die Situation nach einem halben Jahr und hier würde jetzt keiner mehr auf den Gedanken kommen diesen Zahn entfernen zu wollen das ist auch einer unserer Arbeitsschwerpunkte Biomaterialien Knochenersatzmaterialien Membranen zur Wiederherstellung von Zahnhalteapparater auch das hier Sie sehen initial döntgenologisch die Situation wirklich ein Zahn der stark pathodontal geschädigt ist wo sicherlich ich denke die Mehrheit der Zahnärzte würden sich für eine Extraktion entscheiden aber unter gewissen Voraussetzungen können Sie auch hier so ein Zahn wieder aufbauen und das wäre die Situation zwei Jahre postoperativ wenn die Grundvoraussetzungen gegeben sind kann man auch sowas wieder herstellen weiterer Schwerpunkt den wir haben bezieht sich aufs Weichgewebe das heißt so ein Rückgang des Zahnfleisches kann unterschiedliche Ursachen haben kann entzündlich bedingt sein auf der anderen Seite kann es auch durch eine falsche Putztechnik bedingt sein hier haben wir uns jetzt konzentriert auf Weichgewebsersatz früher hat man das Gewebe aus dem Gaumen entnommen heute gibt es Gewebeersatz der aus dem Erbliss der aus der Packung kommt und hier haben wir uns eben Gedanken gemacht kann so ein Gewebeersatz tatsächlich das eigene Gewebe ersetzen und somit den Patienten einen Zweiteingriff ersparen und das sind so die ersten Ergebnisse die wir damit erzielen konnten muss sicherlich noch optimiert werden aber wir haben vielversprechende Ergebnisse und haben da auch viel also was die Grundlagenforschung angeht und die klinische Forschung angeht Zeit und Mühen eingesetzt wir können natürlich das Ganze auch kombinieren das heißt Aufbau von Hart und Weichgewebe hier die klinische Situation dieser Zahn war nicht mehr haltungswürdig Sie sehen nach dem Entfernen des Zahnes dass hier sowohl Hart als auch Weichgewebe fehlte und dann kann man zum einen mit diesem Biomaterial das Hartgewebe aufbauen in einem zweiten Eingriff dann das Weichgewebe korrigieren hier noch mit diesem Eigengewebe das wir aus dem Gaumenbereich entnommen haben um solche Defekte aufzubauen um dann hier wieder so etwas wie Papillen so wie wir das nennen also diese Bedeiche des Zahnfleisches zwischen den Zähnen künstlich wieder auszuformen dass letztendlich nach der prothetischen Versorgung man keinen Unterschied mehr sieht oder sehen sollte zur Ausgangssituation also nicht dass jetzt hier der seitliche Schneidezahn so lang ist wie der Eckzahn also sollte natürlich wieder dekonstruiert werden und das können wir eben hartgewebig und weichgewebig durchführen andere Techniken die jetzt schon sehr sehr alt sind jetzt aber gerade wieder so ein bisschen in Diskussion gedaten sind im Zeitalter von Implantaten wenn Sie solche Backenzähne haben und zum Beispiel im Oberkiefer ein dreivurzeliger Zahn der schon sehr stark pathodontal geschädigt ist wir wollen hier aber die geschlossene Zahn erhalten dann gab es diese Wurzelamputationen wo wir jetzt gesagt haben okay hier diese Wurzel die so stark geschädigt ist die nehmen wir weg erhalten aber dafür die anderen beiden das heißt dieser dreibeinige Stuhl funktioniert jetzt auf zwei Beinen weiter auch das ist eine Möglichkeit in gewissen Situationen solche Zähne noch über eine gewisse Zeit zu erhalten Implantate auch sicherlich ein aktuelles Thema gehört ganz klar in die kollektive Phase das heißt diese Systematik muss eingehalten werden oder sollte eingehalten werden ich zeige Ihnen gleich auch was dum also damit fängt man sicherlich nicht an das ist ein gutes Hilfsmittel aber gehört ganz klar in die kollektive Phase dann können wir eben hier wo es nicht mehr ginge auch wirklich wieder so eine einseitig verkürzte Zahnreihe wiederherstellen Sie sehen auch hier wieder mit Knochenaufbau das Ganze prothetisch abschließend versorgter ist auch eine Alternative ich zeige Ihnen aber gleich dass es kein Allheilmittel ist zwei Punkte die ganz ganz wichtig sind und da brauchen wir immer die Mitarbeit des Patienten zum einen ist die Plaggkontrolle zum anderen das Dauchen wenn die Plaggkontrolle nicht funktioniert auch die Mitarbeit die Motivation dann können Sie diese ganzen Techniken nicht einsetzen dann macht es wirklich von vorne keinen Sinn und Sie können eigentlich gleich sagen wir schenken uns das Ganze und entfernen die Zähne genauso ist es beim Dauchen alles was Sie gesehen haben angefangen von dieser Hygienephase über die Wurzel-Oberflächenbearbeitung über diese ganzen OPs ist bei Dauchern deutlich schlechter als beim Nicht-Daucher es bedeutet nicht dass wir den Daucher jetzt nicht therapieren aber die Ergebnisse sind wirklich deutlich schlechter und natürlich auch hier können Sie sich vorstellen wenn der Patient die Mundhygiene Gewohnheiten nicht ändert dann ist das Ganze zum Scheitern verurteilter dann natürlich Implantate möchte ich noch mal kurz darauf eingehen für diejenigen die sich denken okay gut wenn ich die Zähne verliere ist kein Problem ich habe Implantate kann mir die alle ersetzen lassen ist doch ganz einfacher so wie hier wie in diesem Fall das ist ein stark padontal beschädigtes Gebiss gewesen da sind zwei Zähne verloren gegangen die wurden durch zwei Implantate versorgt auf der anderen Seite möchte ich Ihnen hier einen Fall zeigen Sie sehen diesen Patient und diese Aufnahme ist jetzt sehr sehr schlecht weil die eingescannt wurde und die Qualität war auch wirklich miserabel aber was Sie sehen hier dass das wirklich ein sehr stark geschädigt padontal geschädigtes Gebiss ist also teilweise hier Entzündung bis in den Bereich der Wurzelspitze und das Vorgehen des Zahnarztes sah so aus dass er erst zwei Zähne hier entfernt hat zwei Implantate gesetzt hat schauen Sie sich das an hier diese Zahne der hängt im Prinzip noch so in etwas Entzündungsgewebe drin die anderen sehen nicht viel besser aus das nächste Vorgehen war die beiden Implantate zu versorgen dann die nächsten Zähne zu ziehen den nächsten Zahn zu ziehen und vorgesehen waren hier jetzt die nächsten Implantate hier die Implantate und dann sagte schon die Patientin das ist ein bisschen auffällig also keine Art der Ptophylaxe keine Vorbehandlung gar nichts also genau das falsche Vorgehen also das Ganze bis zu dieser kollektiven Phase wurde übersprungen und man ist hat damit angefangen also man muss wissen dass Paternontitis ist keine Titanmangelerkrankung sondern es ist eine Infektionserkrankung die auch behandelt werden muss und das ist sicherlich auch diese ich sage so Salamitaktik so scheibchenweise das ist nicht der richtige Wecker und wir wissen heute dass Patienten die Implantate bekommen haben wo die Ursache des Zahnverlustes eine chronische Paternontitis war die haben deutlich niedrigere Erfolgsdaten und viel mehr biologische Komplikationen im Vergleich zu den Patienten die ihre Implantate bekommen haben als Folge von Zahnverlust aus anderen Gründen sprich einen tief kardios zerstörten Zahnen und wenn ich jetzt über biologische Komplikationen spreche dann meine ich so etwas bei den Implantaten das ist jetzt sagen wir mal so diese Arbeiter hatte sicherlich den Gegenwert von einem Kleinwagen Sie sehen hier dass die Implantate alle verloren gehen werden die ganze Konstruktion und die Frage ist was kommt danach wenn Sie sich jetzt das anschauen dann können Sie sich auch ungefähr vorstellen wie dieser Patient aussah als er noch seine Zähne hatte das heißt auf der einen Seite hat er sein Mundhygieneverhalten überhaupt nicht geändert derjenige derjenige behandelt hat hat sich auch nicht viel Mühe gegeben dieses Verhalten zu ändern auf der anderen Seite ist natürlich die Wirze der Aktivität das heißt die Empfänglichkeit des Patienten für Entzündung ist die gleiche geblieben die hat sich nicht dadurch geändert dass die Zähne weg sind die Implantate da sind das heißt man muss hier vorsichtig sein und wenn man so ein Titanimplantat mal exponiert diese Daumen Oberflächen die sind gut damit der Knochen gut heilt und sich innig an das Implantat anlagert wenn aber mal so eine Fläche exponiert ist dann ist das für die Bakterien wie eine Schweizer die fühlen sich da sehr wohl auf diesen dauernd texturierten Oberflächen und es ist die Frage ob man solche Flächen heute überhaupt wieder säubern kann der andere Punkt warum diese höheren Misserfolgstaten von Implantaten an Padontitis Patienten wir wissen heute dass hier von solch einer dezidivierenden oder residualen Tasche das heißt wir nehmen an hier ist so eine Zahnflechtasche übrig geblieben in dieser Tasche haben wir diese Bakterien die in diesem dentalen Biofilm organisiert sind und die haben die Fähigkeit auch andere unbehandelte Zähne zu besiedeln und genauso kann von dieser Tasche auch unser Implantat besiedelt werden der Bereich um das Implantat und dann kann es zu solchen Fällen kommen also bedenken Sie dass die Implantate nicht unkritisch eingesetzt werden sollten und deshalb bewundere ich mich immer wenn ich diese Befunde sehe sehr aufwendige Teude arbeiten zum Beispiel im Oberkiefer und dann hier unten die ganze Unterkiefer frontal geschädigt mit Zahnfleisch Taschen und Knochen Abbau bis in den Bereich der Wurzelspitze oder die Implantate direkt neben solch einen pardodontalen Knochendefekt gesetzt also auch das ist nicht von Vorteil oder in demselben Kiefer solche tiefen vertikalen Knochendefekte das ist sicherlich nicht von Vorteil auf der anderen Seite frage ich mich dass der Operateur wenn er die Implantate setzt und hat den Patienten nicht pardodontal vorbehandelt dann packt er sich immer ein wie so ein dünnes Maßmännchen er achtet auf ein steriles OP-Feld auf der anderen Seite haben sie sowas in der Mundhöhle da ist nichts mit Stabilität da also da können sie sich eigentlich auch das hier schenken und dann möchte ich abschließend ich sehe ich habe meine Zeit schon leicht überschritten die unterstützende Pardodontitis Therapie Ihnen erklären das heißt das ist eigentlich so das Kernstück wenn wir mit allem durch sind dann soll der Patient nicht weggehen der soll auch nicht sagen okay jetzt bin ich saniert sondern dann geht es lebenslang darum die Ergebnisse aufrecht zu erhalten sowohl am natürlichen Zahn als auch am Implantat die Mundhygiene durch die Motivation wobei wir es geschafft haben diese individuelle Mundhygiene zu steigern die sollen natürlich auch ein Leben lang aufrecht erhalten werden wir wollen natürlich mögliche rezidive rechtzeitig erkennen damit wir auch rechtzeitig intervenieren können was machen können und nicht dass wir sie nach vier Jahren wiedersehen wo es dann heißt jetzt müssen wir den Zahn leider entfernen und das gilt auch sowohl für den Zahn als auch für die Implantate die sie im Bund haben und damit möchte ich an dieser Stelle Schluss machen und an den Professor Ernst übergeben machen vielen Dank für die Aufmerksamkeit ganz herzlichen Dank für die Einblicke in die rote Ästhetik jetzt kommen wir zur weißen Ästhetik ich sage zur Krönung der Ästhetik Herr Professor Ernst wird darüber berichten und Herr Professor Ernst beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit den Möglichkeiten der weißen Ästhetik mit den Möglichkeiten der zahnfarbenen Restaurations Materialien das haben wir schon in der Münchner Zeit gemeinsam gemacht und ich war auch sehr dankbar dass Herr Professor Ernst dann mitgegangen ist nach Mainz und er wird jetzt die Möglichkeiten zeigen anhand von vielen Beispielen und auch wissenschaftliche Studien Vielen Dank vielen Dank auch dass wir hier vortragen dürfen als meine Chefin gesagt hat MGM hat angerufen die wollen Vortrag uns Metro Goldie Mayer nein die Medizinische Gesellschaft Mainz war mal froh wir müssen nicht so weit weg ist auch schön mal in Mainz einen Vortrag halten zu können wo man halbe Stunde nach der Veranstaltung zu Hause ist das macht Spaß und freut mich auch dass so viele Leute hier versammelt sind es geht um Alternativen zu Kronen so im Endeffekt so schlussendlich um die banale Kunststofffüllung wie sie immer so schön benannt wird natürlich auch eingepackt in ein restauratives Konzept das so sich aus drei Säulen zusammensetzt zum einen ist es der Behandler es ist das Material mit dem wir arbeiten und es ist natürlich der Patient und aus dieser Trias da kommt der Erfolg der Behandlung das muss alles zusammenspielen aus dieser Trias kommt aber auch der Misserfolg einer Behandlung und da ist immer die Frage was ist jetzt schuld wenn es irgendwie dann vielleicht mal schief gegangen ist aber es geht ja nicht viel schief wir haben meistens Erfolg und wenn etwas gut funktioniert hat dann waren es wir natürlich die Behandler sprich der Einflussfaktor Behandler ist nicht so ganz von der Hand zu weisen und selbst zahnmedizinische Fachzeitschriften diskutieren das ab und an mal da war mal so eine Publikation Schwachstelle Zahnarzt was kann da vielleicht passieren und Sie kennen ja aus der Boulevardpresse Stern hat das oft gehabt Fokus auch so der Zahnarzt auf einer Titelseite und da sehen Sie auch jetzt mal wie sich der Beruf des Zahnarztes über die Zeit vom Image her gewandelt hat so auch so die Geschichte die Bedeutung der Ästhetik vor 20 Jahren wäre so ein Titelbild wahrscheinlich ein Zahnarzt der mit einer Extraktionszange über den Patientenkniet gewesen und heute haben wir einen Zahnarzt mit einer Lupe vom weißen Zahn also dass wir heute vielleicht auch andere Behandlungsgrundlagen haben andere Behandlungsmöglichkeiten andere das kommt da auch ganz gut raus dann gibt es natürlich solche Sachen auch dieses Jahr Vorsicht Zahnarzt dass sie quasi chronisch über den Tisch gezogen werden falsch diagnostiziert und abgezockt es ist würde ich mal sagen nicht repräsentativ ja also kommen wir zu dem Faktor Patient und Frau Passellershausen hat ja auch schon so ein paar Patientenbilder gezeigt du auch ich habe auch schon eins nicht so ganz appetitlich der kam zu uns und die Ambulanz hat den Problem den Mund nicht mehr zu bekommen der Zahnstamm war über die Kaufläche rübergewachsen das sind aber natürlich dann seltene Ausdrücke sieht man nicht so häufig das hat man gerade vorhin schon gesehen eher mal und ja warum bringe ich das nochmal weil das ist auch eine schwierigere Behandlungsgrundlage für uns in der restaurativen Therapie als wenn ein Unterkiefer so aussieht warum es ist alles entzündet es blutet man schaut das Zahnfleisch nur an es sprudelt eine Blutung raus da kann man nicht ordentlich an eine Zahnharzsubstanz kleben aber es gibt nicht nur schlechte Faktoren bei Patienten das Bild war beim Internet das sind auch optimale Patienten da können sie mit beiden Händen in der Mundhülle drin arbeiten also es gibt auch Sachen die gut sind ja weiterer Einflussfaktor Patient was ist das das sind keine Füllungen die bei uns im Haus gemacht worden sind das sind Füllungen die hat sich ein Patient selber gemacht und zwar aus Patex wer jemals mit Patex gearbeitet hat wie flüssig das Zeug ist sieht man eigentlich der hat es drauf gehabt weil das hinzukriegen in der Mundhülle das ist schon phänomenal aber worauf hat der Wert gelegt auf seine Schneidezähne das Röntgenbild zeigt schon da ist so diskret versteckter Behandlungsbedarf also hier fehlen Zähne die stehen eh schief und wenn man jetzt nochmal zurück geht wenn man sich diese schiefstehenden Zähne anschaut und das was er daraus gemacht hat würde ich mal sagen da kann man es anfangen also wir arbeiten bei uns nicht mit Patex wir haben bessere Materialien und da möchte ich Ihnen so ein bisschen was vorstellen was man heute aus dem Material Kompos alles machen kann und dazu auch als erstes mal so ein kleiner Blick auf außerhalb der Zahnmedizin weil Kunststoff ist doch ein bisschen was anderes als Komposite was könnte das sein ist kein Implantat ist nämlich ein bisschen größer als ein Implantat das ist zum Beispiel so dieses Heckleitwerk von dem Hubschrauber sowas ist heute nicht mehr aus Metall das ist aus Komposite das heißt hier Carbonfaser verstecktes Komposite kein Plastik wie man so landläufig sieht aber man sieht schon okay da ist vielleicht ein bisschen mehr dahinter in so Material gerade was Stabilität anbetrifft wenn man sich heute mal so ein modernes Flugzeug anschaut hier der Airbus A380 das Lufthansa Magazin 2003 vorgestellt dass 20% dieses Flugzeugs aus Komposites Kunststoff das ist schon mal eine ordentliche Menge jetzt fliegt das Ding ja und man weiß es ist sogar mehr drin es sind 25% Komposite Bestandteile davon 22% dieses klassische Carbonfaser verstärkte Komposite Material und 3% ganz das Neue ist Glare Glass Fiber Reinforced Aluminium so Glasfasermatten Aluminium Glasfasermatten Aluminium super stabil leichter als Aluminium stabiler als Aluminium teurer als Aluminium wurde bisher noch nie in einem Zivilflugzeug verbaut war nur in der Militärluftfahrt kleiner Nebeneffekt das E-Modul ist deutlich niedriger als bei Aluminium weiß man nicht ob das gut ist oder schlecht und da denkt man sich Mensch wenn so viele neue Technologien gemacht werden jetzt kommen wir auch in den Bereich der Forschung ob das ist ja Forschung wichtig ist dann wird man sich natürlich sagen Mensch bevor ich in so ein Flugzeug steige werden die das doch wohl hoffentlich ordentlich untersucht haben sprich man macht erst mal in vitro Untersuchungen und natürlich dann auch in vivo die klinische Studie und die Luftfahrt die testet gar nicht mal so anders wie wir oder wir gar nicht so anders wie die Luftfahrt wir machen so zum Beispiel Thermowechselbelastung da belasten wir die Zähne extrahierte Zähne an die wir Füllung gelegt haben so zwischen 5 und 55 Grad so quasi heißer Tee kaltes Eis abwechselnd die Luftfahrt die testet so minus 70 bis plus 70 Grad so Flugzeug fliegt in einer großen Höhe da ist kalt steht in Dubai auf dem Vorfeld da ist es warm ja und wie lang hält ungefähr so ein Flugzeug da kann man sagen so 30, 40 Jahre sind da schon drin und testen tut man so 25 Jahre so fahren so 50.000 Flüge dann kann man jetzt natürlich dann gemeinerweise sagen jetzt kommen wir Zahnmediziner und freuen uns wenn eine Kunststofffüllung die so groß ist an einem unteren Backenzahn 10 Jahre lang hält aber wir haben auch ein bisschen schlechtere Bedingungen für die Klebung in der Mundhülle weil wenn wir die Kleber der Luftfahrtindustrie verwenden würden das würde keine Pulper überleben ja und das sind mal so Aufnahmen aus dem Internet aus Dresden wo die DASA so ihre Werkstoffe testet so eine Tragfläche zum Beispiel ja das sind so die ganzen In-Vitro-Studien die sind wichtig genau wie in der Medizin und dann kommt die entscheidende die entscheidende Studie die klinische Studie ja und das war der Erstflug 2005 da denkt man sich okay klinische Studie wenn man das aber wissenschaftlich betrachtet ist das keine klinische Studie das ist ein Case Report weil das ist ein Flugzeug das fliegt die Studie begann dann zwei Jahre später mit dem Verkauf des ersten Flugzeuges an Singapur Erlangen das heißt als der abgehoben ist ja dann begann die klinische Studie zu dem Flugzeug ja und heute weiß man so wenn man so auf der Homepage guckt so 67 Flugzeuge sind inzwischen verkauft die fliegen drei Jahresdaten dann hat man quasi vier Jahresdaten Erhebung die passiert und es gibt in der ZAMI für die Evaluation von Füllung von Restartionsmaterialien so klinische Kriterien Alpha Bravo Charlie Delta Alpha und Bravo ist gut Charlie und Delta ist schlecht also Alpha ist exzellent Bravo ist in Ordnung Charlies da ist was kaputt aber keine Katastrophe und Delta wäre praktisch ein Totalversagen jetzt hat man aber auch hier bei so einem modernen Flugzeug eine sogenannte Charlie Bewertung das war 2010 als so ein Qantas A380 in Singapur gestartet ist dann hat es ein Triebwerk zerrissen und dann ist einfach so ein Metallstück durch die Tragfläche gerauscht und man sieht schon hier ist was ordentlich kaputt aber es ist kein Totalverlust ja was zeigt uns das als Überleitung zur Notwendigkeit der medizinischen Forschung auch in der zahnmedizinischen Forschung der klinischen Forschung man sieht erst im Endeffekt im Gebrauch ob etwas wirklich funktioniert ob alle Teile zusammen spielen es war jetzt hier nicht das Komposit und der Struktur das Problem das war eine andere Sache aus dem Triebwerk und deswegen ist die klinische Forschung auch in der Zahnmedizin für so etwas Banales auch für eine Kunststofffüllung wichtig und das wird heute auch sehr detailliert gemacht wir haben da die unterschiedlichsten Kriterien das sind zum Beispiel unsere klinischen Evaluationskriterien Bögen das Ganze kriegt man gar nicht auf eine Seite das sind drei Bögen 15 verschiedene Kriterien nach denen solche Materialien bewertet werden biologische aber auch ästhetische funktionelle und dann kommt im Endeffekt eine Schlussfolgerung ob etwas funktioniert oder nicht solche Studien gibt es sehr viele und man schaut sich bei solchen Studien heute die jährliche Verlustrate an weil die Studien laufen unterschiedliche Zeiträume und wenn Sie jetzt eine Studie haben da haben Sie einen Erfolg von 80% eine andere Studie hat nur einen Erfolg von 50% dann fragt man sich was ist der Unterschied der Unterschied ist oft die Beobachtungszeitdauer der Restauration und deswegen ermittelt man heute aus den ganzen klinischen Studien die jährliche Misserfolgsrate also die jährliche Verlustrate und bei uns bei der restaurativen Therapie wäre es praktisch der Füllungsverlust das Füllungsversagen wenn eine Reintervention notwendig ist und da gibt es so eine magische Grenze das ist so 2,5% pro Jahr das heißt wenn von 100 Füllungen die ich lege nach 10 Jahren 25 kaputt sind ist das in Ordnung das machen andere dann auch nicht besser und ist akzeptiert das heißt aber auch wiederum dass 75% der Restauration länger halten als 10 Jahre und das ist dann eigentlich schon mal eine ganz gute Zeit und wenn man das jetzt in die Medizin überträgt kann man es natürlich auch unterschiedlich sehen wenn man sagt okay wenn nach 10 Jahren 25% meiner Patienten tot sind nach Therapiebeginn ist es ungünstig kommt dann natürlich auch wieder auf den Fachbereich an für die Onkologie in manchen Bereichen wäre es ein super Erfolg in der HNO wäre es vielleicht eher nicht so gut fürs Image ja wie liegt es jetzt bei unseren Restaurationsmaterialien gerade das Material mit dem wir uns hauptsächlich beschäftigen Kompos und Keramik liegt sehr gut und Kompos liegt so ein bisschen besser als Amalgam und klein bisschen oberhalb von der Keramik also ist mit einer mittleren jährlichen Verlustrate von 2,2% aus einer großen Meta-Analyse von ganz vielen klinischen Studien eigentlich ganz ordentlich kein großer Abstand zur Keramik die ist also nicht unbedingt immer besser eins muss man hier aber auch kritisch beachten es ist auch anzunehmen dass hier eher kleinere Kompos-Restauration zum Beispiel größere Keramik-Restauration auch natürlich in den Studien drin waren aber das gibt so eine Benchmark und mal so weitere auch Beispiele zu jährlichen Verlustraten retrospektive Studien sind zwar jetzt nicht der hohe Evidenzgrad wie eine klinisch prospektive Studie geben aber sehr viele wissenschaftliche Anhaltspunkte und die retrospektiven Studien die punkten primär mit den langen Beobachtungszeiten und hier so 17 Jahre ist eine ordentliche Zeit und hier kam man auf eine jährliche Verlustrate von 2% pro Jahr in einem Peer Review Journal publiziert die Studie wurde weiterverfolgt ist ein 22-Jahres-Ergebnis inzwischen vorgestellt allerdings nur auf dem Abstract auf dem Kongress und da blieb es auch bei den 2% pro Jahr eine andere sehr interessante retrospektive Studie wo man 1200 Amalgamenfüllung und über 700 Kronpositfüllung miteinander verglichen hat und dort ist diese Annual Failure Rate also jährliche Verlustrate ungefähr gleich tendenziell das Kronposit sogar etwas besser was auch sehr interessant war hier hat man zwei Untergruppen gebildet Patienten mit einem hohen Kreisrisiko Patienten mit einem niedrigen Kreisrisiko und ein Patient mit einem hohen Kreisrisiko war bei kleinen Füllungen das Amalgam dem Kronposit überlegen bei den großen Rastrationen war es gleich auf und bei dem Patienten mit einem geringen Kreisrisiko mit einer guten Mundhygiene macht sich alle Gruppen gleich und auch interessant über den Beobachtungszeitraum sank die jährliche Verlustrate beim Kronposit über die 12 Jahre beim Amalgam ist es tendenziell eher angestiegen da kann man sagen da kann man drauf arbeiten wir haben selber eine ganze Reihe klinische Studien zu einem Werkstoff kommt was hat gemacht hier jetzt mal fünf davon in einer hatten wir eine jährliche Verlustrate von mehr als 2,5% da hat das Material ein Problem das hatte eine zu geringe Biegebruchfestigkeit das war nicht der Adhesiveverbund gescheitert ist sondern die Materialqualität das ist dann auch ein paar Jahre später vom Markt verschwunden die anderen vier Studien die Sie hier aufgelistet sehen da haben wir jeweils eine jährliche Verlustrate von unter deutlich unter 2,5% pro Jahr gehabt das sind mal so Beispiele wo Sie auch sehen das sind jetzt nicht nur die ganz ganz kleinen minimalinvasiven Restaurationen das ist eine Standardgröße das war eine Studie die lief über zwei Jahre und den Zahn aus dieser Studie den habe ich auch mal in einer längeren Zeit gesehen je nach acht Jahren sieht er eigentlich noch ganz ordentlich aus was machen wir gerade aktuell eine neue Anwendungsbeobachtung die Materialkunde entwickelt sich es kommen sehr viele technische Aspekte rein es gibt so ein schallaktiviertes ultraschallaktiviertes Chrombus das Material was die Viskosität ändert wo man sehr gute Anfließeigenschaft von dem Material hat wo anschließend nach Absätzen dieser Ultraschallenergie die Viskosität wieder sich einneveilliert und da hat man schon einen deutlichen Viskositätsunterschied im Vergleich zu einem normalen Material das ist mal so ein klinisches Beispiel das gerade aus dieser laufenden Studie wir machen das immer im Split-Mouse-Design das heißt ein Patient kriegt zwei Füllungen eine mit einem konventionellen Vergleichsmaterial mit demselben Kleber und ein anderer Zahn mit dem neuen Material versorgt und das wird dokumentiert und dann so von unabhängigen Untersuchern bei den nächsten zwei nachuntersucht ja also das mal so zum aktuellen Forschungsvorhaben was wir so machen die Bedeutung der klinischen Forschung und jetzt vielleicht das ich meine viele von Ihnen sind ja Patienten wie ich so mitbekommen habe vom Professor Junginger die vielleicht so eher auch das interessiert was kann man jetzt daraus machen deswegen möchte ich das mal so ein bisschen differenzieren so nach Restaurationsmaßnahmen die man vielleicht macht wenn gar keine Zahnartsubstanz fehlt wenn wenig Zahnartsubstanz fehlt wenn ein bisschen mehr Zahnartsubstanz fehlt wenn viel Zahnartsubstanz fehlt oder wenn richtig viel Zahnartsubstanz fehlt und das dann so ein bisschen auch aufgedröseln nach Indikation Umsetzungsmöglichkeiten von uns als Zahnmedizinern und der Prognose des Ganzen fangen wir mit dem an wenn gar keine Zahnartsubstanz fehlt hat das eine Indikation ja man findet Indikation Umsetzung ist da eigentlich immer ganz gut man kommt meistens gut an die Klebeflächen ran man hat auch meistens Patienten mit einer sehr guten Mundhygiene wenn gar keine Defekte vorhanden sind und deswegen hat man auch eine gute Prognose das Ganze auch mal differenziert Seitenzahnbereich von Zahnbereich dann fragen sich vielleicht wo gibt es Behandlungsindikationen im Seitenzahnbereich wenn gar keine Zahnartsubstanz fehlt so eine Geschichte zum Beispiel das ist nach einer Zustand nach einer missglückten Kieferorthopädischen Behandlung nicht bei uns im Haus ich meine wenn einer dieser beiden Prämularen schon fehlt warum zieht der Kieferorthopäde auch noch den zweiten jetzt haben wir hier den ersten Backenzahn direkt neben den Eckzahn stehen die Lücke ist zu eng für ein Implantat zu eng für ein Brückenzwischenglied die Patientin Mädel mit 15 Jahren ist todunglücklich weil man das sieht da war halt die Frage was kann man machen kann man da vielleicht ein bisschen Kunststoff ankleben das geht von der Klebetechnik ist aber eher ein Problem von der kohäsiven Materialstabilität und da helfen uns halt auch die Entwicklung der letzten Jahre in der Materialforschung dass diese Komposite deutlich stabiler geworden sind das heißt hier können wir eine Biegebruchstabilität gewährleisten wo man sowas wagen kann das ist keine Standardtherapie das ist schon sehr experimentell das ist das Bild nach drei Monaten die Situation nach zwei Jahren zwei Jahre ist jetzt nicht so unbedingt die ganz große Zeit aber es hat zumindest mal die Zeit ordentlich gehalten und wenn man jetzt so die Patientin von vorne betrachtet springt diese Lücke nicht mehr so optisch richtig ins Auge es ist ein gewisser Kompromiss den man hier eingeht aber ein vertretbarer und vor allem der große Vorteil wir haben keine weitere Schaden an unserer Haarsubstanz gesetzt wie wir hier eine große Präparation gemacht haben das kennen vielleicht auch viele so eine diskrete Lücke im Frontzahnbereich für den einen ist das ein Markenzeichen den anderen Stürz das ist persönliche Geschmackssache ja was kann man hier jetzt machen man kann natürlich so ein Zahn beschleifen und eine Krone draufsetzen man kann ihn auch etwas weniger beschleifen und eine Keramikverblendenschale ein Viniere aufkleben das ist eine tolle Therapiemöglichkeit wenn man viele Befunde hat die man ändern möchte also zum Beispiel sehr viele labiale Defekte Außenzahndefekte ich will vielleicht noch einen Zahn verlängern oder optisch derotieren aber wenn der Zahn jungfräulich hübsch aussieht hier eine kleine Frakturlinie dann tut das weh so ein Zahn zu beschleifen deswegen raut man die Klebefläche ganz leicht an und ergänzt das mit Kompositmatik erst den einen Zahn dann baut man den Nachbarzahn gegen dann ist die Lücke auch zu das kostet deutlich weniger als ein Viniere und zwar Geld des Patienten und Zahnartsubstanz Passieren jetzt so ein bisschen Zungendruck so nach ein paar Monaten hat sich durch den Zungendruck die Zähne so ein bisschen aufgefächert also hat sich nichts abradiert abgenutzt zwischen die Zähne ist einfach durch den Zungendruck hat sich ein bisschen erweitert weil sie hätte eigentlich einen Retainer kieferorthopädisch geklebt bekommen sollen und das wollte sie dann nicht mehr anderes Beispiel so kleine Lücken die nicht unbedingt stören viele Patienten aber durchaus stören und da kann man jetzt mit kleinen Anbauten hier durchaus was machen und das sind so Indikationen wo keine Zahnartsubstanz fehlt es gibt aber natürlich Defekte da fehlt ein bisschen Zahnartsubstanz da ist natürlich die Indikation für eine direkte Füllungstherapie weil das minimalinvasiv ist nichts ist weniger Substanzfordern als die direkte Restoration bei der indirekten Restoration brauche ich immer einen Zugang um ein Werkstück einsetzen zu können die Umsetzung da ist jetzt hier nicht mehr der Smiley drin weil je kleiner ein Defekt ist desto mehr muss ich unterminierend arbeiten desto erschwerter ist der Einblick die visuelle Kontrolle desto schwieriger ist es umsetzen man muss öfters absetzen nachschauen und deswegen dauert so eine kleine Restoration oftmals länger als eine große wenn es aber dann geklappt hat ist die Prognose gerade bei dem minimalinvasiven Vorgehen sehr gut ja und die Zahnmediziner unter Ihnen werden ihn kennen Dr. Black der einer der Begründer der zahnmedizinischen Lehre und da galt damals so diese Extension for Prevention hat prophylaktisch mal ein Loch groß gemacht dass man überall gut rangekommen ist und auch alles gut kontrollieren konnte den Satz drehen wir heute einfach um machen daraus die Prevention of Extension vermeiden das also also Black is weg können wir heute sagen in der adressiven Zahnheilkunde und so sehen auch heute Präparationsinstrumente aus so wirklich wie ein unterminierendes Arbeiten ermöglichen die einen schmalen Schaft haben vor einem grazilen Zugang und da kann man halt gerade so eine Primärlesion wie Sie es hier sehen jetzt nicht mit einem Inle oder sowas versorgen sondern mit einer direkten Restration weil fairerweise müssen wir sagen nichts was wir machen hält ewig jede Restration wird irgendwann mal ausgetauscht werden und bei jedem Austausch muss ich etwas mehr Zahnartsubstanz entfernen ja und deswegen sollte halt die erste Restration die erste Kavität die man präpariert möglichst klein sein weiteres Beispiel auch hier gar nicht mal so wenig an KS Approximal trotzdem sind es für uns kleine Löcher und Sie sehen so von dem Behandlungsablauf es sind so einige Verfahrensschritte die hier ablaufen bei der Klebung ich brauche ein kontaminationsfreies Arbeitsfeld ich muss verschiedene Kleber Adhesive verwenden das Ganze wird lichtgehärtet ich benutze Kompos mit einer unterschiedlichen Viskosität dünnfließende festere Material und dann haben wir anschließend den Zahn so restauriert dass nicht allzu viel Zahnartsubstanz für den Zugang eropfert werden musste ja und auch dieses Fallbeispiel hat auch unsere wissenschaftliche Muttergesellschaft die DGZMK für ihre Richtlinien genommen so als Dekorationsfall was auch damals in der ZM publiziert wurde auch das hier sieht jetzt unspektakulär aus da ist ein bisschen Defekt hier ist ein bisschen Defekt hier ist ein kleiner Defekt so mehr oder wieder drei Stellen aber in einem Bereich der ungünstig ist weil hier läuft der Restaurationsrand genau durch einen Kontaktbereich hat man früher gesagt dann macht man prophylaktisch dort mal die Krone den Weg gehen wir heute nicht mehr auch hier wagen wir den direkten Zugang die Materialien sind heute deutlich biegebruchstabiler das heißt wir können auch gegebenenfalls mal im Kontaktbereich eine Restauration enden lassen das hat durchaus auch eine gute Prognose und man muss mal belegen was passiert oder welche Katastrophe würde passieren wenn es denn doch versagt die Restauration würde hier kaputt gehen dann kann ich in 10 oder 50 Jahren immer nochmal an die Krone denken hier nochmal bei der weiteren Nachkontrolle Seitenzahnbereich auch im Frontzahnbereich ist das wirklich ein ganz ganz kleines Loch aber auch hier im Frontzahnbereich ist es sehr schwierig auch sowas zu präparieren den Nachbarzahn nicht zu beschädigen auch bei der Klebetechnik jetzt nicht unnötig Klebe an den Nachbarzahn Material zu kleckern deswegen hier auch die entsprechende Isolierung des Nachbarzahns und sehen es immer dieselben Verfahrensschritte also nicht so wie im Schnelldurchlauf hier auf der Leinwand auch durchführbar das sind Sachen da sitzt man eine halbe dreiviertel Stunde für so eine Kapität dran damit anschließend nichts mehr zu sehen ist und auch die Restauration eine entsprechende Prognose hat so wir kommen zu den etwas größeren Löchern also was tun wir wenn etwas mehr an Zahnhartsubstanz fehlt interessanterweise natürlich auch die Indikation da die direkte Restauration ist die Umsetzung hier einfacher weil ich einen besseren Zugang habe so und wenn die Umsetzung einfach ist dann ist natürlich auch in der Regel bei entsprechender Umsetzung die Prognose gut das wäre mal eins dieser Fälle ein defektes Keramikinle was jetzt von der Kaufläche jetzt nicht unbedingt kritisch aussieht das Röntgenbild zeigt dass man hier einen riesen Spalt an der Stufe hatte da fehlt anscheinend etwas Kleber also hier muss etwas gemacht werden das Inle wurde entfernt hier sieht man jetzt so praktisch das Loch geht schon da ordentlich in die Tiefe Entscheidungskriterium ist immer ich brauche eine kontaminationsfreie Klebefläche das kann man über dieses Koffer am Spanngummi machen das kann man über die Abdichtung mit diesen Metallmatrizen machen das sieht natürlich alles sehr technisch aus ist es auch hier wird es dann für die ganze Klebetechnik eingesetzt unterschiedlich Fiskösematerialien sind immer so Einzelinkremente werden aufgebaut in der Schichtung baut man den Zahn bis zur Kaufläche auf und dann ist das auch wieder kaufstabil das heißt in diesem Fall wurde sogar ein existierendes Keramikinle durch eine Komposentrastration ersetzt ja warum tauscht man dieses Goldinle aus sieht eigentlich proppe aus derselbe Grund es stand proximal unten an der Stufe im Zahnzwischenbereich sehr weit ab Zahnseite fädelte immer auf es war dort auch schon entsprechender Defekt in der Zahnarztsubstanz und für viele Patienten leider Gottes ist heute immer die oberste Prämisse es muss Zahnfarben sein während der Golden Standard immer noch der Golden Standard ist das heißt Goldinles haben nach wie vor ihre Berechtigung oder Goldteilkronen das sind Sachen die super lange halten leider Gottes wollen es viele Patienten nicht jetzt müssen sie aber falls sie selber mal an sowas denken sollten nicht ein Goldinle austauschen zu lassen es ist grundsätzlich keine so gute Idee das durch ein Keramikinle austauschen zu lassen aufgrund der Präparationsform das können die Patienten natürlich nicht wissen aber für Gold habe ich immer eine sehr auslaufende spitze Präparation wie denn das Federrand und bei Keramik brauche ich eine plane Stufe und das kann sich glaube ich jeder vorstellen wenn ich eine Präparation habe die schräg ausläuft und ich muss die in eine plane Stufe umwandeln muss ich oftmals nochmal zwei Millimeter tiefer in den Keller sprich ich opfere nochmal ein bis zwei Millimeter Zahnarztsubstanz das kostet Zahnarztsubstanz und zum anderen wird es auch vom operativen Vorgehen beim Einkleben eines solchen Inles schwierig und aus diesem Grund habe ich mich hier nicht für ein Keramikinle entschieden sondern für eine direkte adhesive Restauration und hier kann man durchaus erkennen wie schräg das runter geht für die direkt geklebten Materialien brauche ich keine plane Stufe da kann das durchaus schräg sein das heißt da habe ich wiederum einen Materialvorteil und kann hier auch substanzschonende arbeiten und das Ganze entsprechend auch aufgebaut sieht so einen richtigen Ärger angebaut dann hat man hier auch im Seitenzahnbereich so diesen mittelgroßen Defekt versorgt auch im Frontenzahnbereich gibt es also die mittelgroßen Defekte hier nach einem Reitunfall da fehlt Palatinal eine ganze Menge auch das kann entsprechend wieder aufgebaut werden hier kommt jetzt die Schichtung nicht nur aus funktionellen Gründen zur Schrumpfkraft Zahnrechtsreduktion zum Tragen sondern auch aus ästhetischen Gründen ich habe Zahnschmelz ich habe Dentin ich habe unterschiedliche Transluzenzen Opazitäten das kann ich wiedergeben in meinen Füllungsmaterialien und deswegen wird es aufgeschichtet das ist natürlich ein ziemlicher Aufwand dauert auch entsprechend dann hat man Zahn der sich jetzt auch so von der Spitze bis zum Zahnarztbereich so eigentlich ganz gut wieder in die Mundhülle einpasst ohne Krone und so die klassische Zahnzwischenraumdefekte hier Austausch von alten Füllungen auch das kriegt man ästhetische hier so alte Kunststofffüllung aus einer Schneidekante auch die aus funktionellen Gründen ausgetauscht auf der Rückseite waren defekt nur wenn man halt schon rangeht gerade im sichtbaren Bereich dann sollte man sich vielleicht die Mühe geben dass es nachher auch nach was aussieht das muss nicht immer mit Keramik sein das kann man auch in plastischen Verfahren hier das Endergebnis jetzt lassen wir die Löcher mal ein bisschen größer werden sprich wenn jetzt viel Zahnharzsubstanz fehlt da sehen viele Wissenschaftler die Indikationen für plastische Füllungsmaterialien eher begrenzt das hat natürlich auch was ein bisschen mit dem persönlichen Tätigkeitsschwerpunkt zu tun also die Indikation ist nicht jetzt so breit der breiten Grinsen ist meine sondern es etwas unter Vorsicht zu genießen die Umsetzung ist natürlich deutlich schwieriger bei sehr großen Defekten auch die Anatomie entsprechend zu restaurieren und ich muss wissen wo die Schwachstellen bei Materialien sind um entsprechend Schrumpfkräfte entsprechend lenken zu können ja die Prognose es gibt nicht allzu viele klinische Studien die sich auf große und sehr große Restrationen mit denen befassen und deswegen ist der Evidenzgrad von solchen Studien nicht so groß da sagen dann viele sehr kritisch das ist dann eher die Eminence Based Dentistry als die Evidence Based Dentistry und da muss man auch sagen hier findet sich auch der Übergang zu den indirekten Restrationen also hier haben wir zwei Zähne zu versorgen einer mit einem richtig großen Defekt auch an den Außenseiten noch und hier ein kleinerer Defekt na was macht man man geht zahnspezifisch vor der Zahn der den kleineren Defekt hat bekommt die minimalinvasive Restration die direkte Restration das ist der Prämula der andere hat erstmal eine Aufbauflung bekommen und dann auch eine Krone also wir machen auch Kronen und Brücken aber immer halt nur dort wo es sinnvoll ist ja hier kommen jetzt natürlich im Vorfeld auch der Frage wie weit kann man gehen unsere ganzen In-Vitro-Studien zu dem ganzen Thema zum Tragen wir haben ziemlich viel gearbeitet hinsichtlich der Randqualität Füllungsmaterialien unterschiedliche Kleber wie reagieren die welche funktionieren miteinander am besten das machbar an extrahierten Zähnen im Labor da werden die Zähne dann auch entsprechend belastet sei es eine Thermowechselbelastung also eine Kau-Druck-Simulation wo man so eine Art künstliches Gebiss hat wo dann mal so 10.000 oder 100.000 Mal da drauf gekaut wird und dann schaut man sich unter dem Rast-Elektronen-Mikroskop die Rände an das ist ganz ganz wichtig zusätzlich auch die Schrumpfungskräfte der Komposite das war so ein Forschungsschwerpunkt der ganzen letzten Jahre damit die Materialien halt stabiler in der Mondschule bleiben können parallel dazu auch der Einfluss der Lichtpolimation ja und das wäre jetzt mal so ein Beispiel schon für einen größeren Defekt hier muss sich ein Höcker im Seitenzahnbereich ersetzen das ist eigentlich eine Indikation für eine Teilkrone von jetzt kommt unser schönes gesetzliches Krankenversicherungssystem auch hier zum Tragen wenn ich bei einem gesetzlich versicherten Patienten eine Teilkrone hier anfertigen möchte muss ich um das zu dürfen alle vier Höcker einfassen was totaler Unsinn ist aus Zahn-Hard-Substanz-Schonungsgründen ich muss nur einen Höcker fassen naja so eine Therapie gibt es gar nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung deswegen ist es dann oftmals sinnvoller man geht nicht den Weg der indirekten Technik wo ich sehr viel Substanz opfern muss ich baue den Höcker hier aus Komposit direkt auf das geht das funktioniert das ist auch freigeben von der Deutschen Gesellschaft für Zahnmond- und Kieferheilkunde für die Indikation von Kompositen ist der Ersatz einzelner Höcker drin oder das hier aus der Praxis ein Fall das Patient kommt im Notdienst halbstunden Schmerztermin dieser innere Höcker ist abgebrochen das ist eine Kronenindikation was kann man jetzt im Notdienst machen ich klebe dort ein Zement auf diese Abbruchstelle das war Ostersamstag spätestens am Montag wäre ihm das weggebrochen was macht man damit das nicht passiert man macht die Amalgamfüllung raus die muss später für die Kronenversorgung eh raus klebt eine adhesive Aufbaufüllung rein dazu muss ich mal die Ränder nachstellen ich muss die KS entfernen ich muss eine Formgebungshilfe umsetzen wenn ich das gemacht habe dann muss ich nicht unbedingt eine Aufbaufüllung für eine Kronenversorgung einsetzen dann kann ich das auch gleich komplett definitiv mit Kompositen umsetzen die Nachbarmalgamfüllung zeigte bei der Therapie dann auch einen Defekt an der Vorderseite deswegen wurde in einem weiteren Termin die Füllung an dem Nachbarzahn auch nochmal erneuert aber der Patient hat jetzt hier eine direkte Teilkrone quasi bekommen und keine indirekte Kronenrestauration und da fehlt auch mehr Zahnharzsubstanz die ganzen Frontzahntraumata das Mädchen 17 Jahre im Bad ohnmächtig geworden und beim Hinfallen in die Badewanne Kante gebissen das war zumindest die Variante die mir erzählt wurde aber es klang plausibel das über Kronen bei so jungen Menschen dann kann man die Wurzelbehandlung gleich hinterher machen und das ist die Präparation die Sie jetzt machen müssen oder wir als Zahnärzte machen müssen für eine solche Versorgung wir runden die ganzen Kanten ab das ist es dann gibt es unterschiedliche Techniken wie man das machen kann hier gibt man dem Patienten nach einer Stunde Arbeit dann eine Zahnform wieder so ein Patient kann wieder mit Zähnen nach Hause gehen hier und als letzter Punkt was machen wir jetzt wenn richtig viel Zahnharzsubstanz fehlt Indikationen für direkte Restorationen schon vage Umsetzung schwierig Prognose reduziert deswegen das sind so eher auch ja experimentelle Sachen wo man sagt wir wagen es mal wir können aber da nicht definitiv sagen dass es funktioniert auch in diesem Bereich werden häufig genannt die Versorgung Wurzelkanalbehandelter Zähne und hier gibt es eine schöne Studie dazu die das Ganze mal beleuchtet hat über Lebensrate von Wurzelkanalbehandelten Zähnen die nicht mit Kronen versorgt worden sind Ergebnis ziemlich niederschmetternd da waren nach 5 Jahren nur noch 36% der Zähne in der Mundhülle der Rest ist aus irgendeinem Grund verloren gegangen jetzt hat man aber dort mal differenziert wie sah es aus wenn maximal Zahnharzsubstanz erhalten war dann waren 78% der Zähne noch in der Mundhülle das heißt man kann durchaus auch einen Wurzelkanalbehandelten Zahn entsprechend direkt versorgen es macht aber nur Sinn wenn noch viel Zahnharzsubstanz vorhanden ist deswegen die Ampel hier eher auf Gelb für uns ist wichtig dass wir hier jetzt nicht irgendwo eine Füllung innen reinkleben sondern gerade wenn dünne Wände stehen dann müssen wir auch in der direkten Therapie mal einen Höcker fassen damit sowas halt nicht passiert das ist ein Wurzelkanalbehandelter Zahn der hatte ja eine große Füllung und ja hier hat es Knacks gemacht das hat sich dann gelöst das ist das Frakturteil was dann rausgeholt wurde der Zahn wurde extrahiert dann gab es ein Implantat dann sagen vielleicht viele das ist wunderbar dann hat ja jeder seinen Spaß an dem Zahn gehabt aber für den Patienten ist es halt extrem ungünstig ja das heißt es macht Sinn auch mal an eine direkte Restauration zu denken aber nur bei kleineren Defekten hier ein altes Goldinle hat eine Wurzel in der Behandlung gebraucht hier stand noch ziemlich viel Zahnharzsubstanz die direkte Komposentrestauration das Bild nach vier Jahren das Bild nach zehn Jahren und gerade halt wenn noch viel Zahnharzsubstanz steht gerade bei jüngeren Patienten die direkte Restauration aber invasiver vorgegangen also hier wird zum Beispiel so ein dünner Rand mit eingefasst also da ist das Kompos und Material hier rumgezogen dass ich hier nicht durch eine Keilwirkung des Materials hier ein entsprechendes Auseinanderbrechen habe ja und die großen Defekte im Frontzahnbereich eine 19-jährige Amerikanerin die wurde von ihrem Freund vermöbelt jetzt spannt sie natürlich der Bogen zum Vortrag von der Frau Professor Willershausen am Anfang sie hat ihn angezeigt danach sie hat ihn nur missverstanden er fand sie gut das war ja so praktisch das herausragende Ergebnis wenn man zufrieden ist mit der Frau schlägt man ihren oberen Schneidezahn aus er war sehr zufrieden mit ihr beide oberen Einzel und der seitliche Schneidezahn auch fast komplett hier in der Erstversorgung das Ganze direkt aufgebaut mit Komposit allerdings nur die beiden mittleren Schneidezähne der seitliche Schneidezahn war so tief frakturiert das gab dann Implantat das hat Professor Wagner gemacht und so jetzt die Kombination hat auch die chirurgische Therapie die prothetische Therapie mit dem seitlichen Schneidezahn und einer ziemlich aufwendigen Therapie die mittleren Schneidezähne aufgebaut hier direkte Technik und das ist eine definitive Restoration würde ich mal sagen so lang bis sie sagt irgendwann gefällt es ihr nicht mehr dann kann man sich noch in Ruhe über eine Keramik unterhalten bei ihr war es ähnlich auch Missverständnis ein Model aus Berlin kam dann nachts eine Diskussion in einer Kneipe hatte zwei Tage später in Zürich ein Fotoshooting hatte Verwandtschaft in Wiesbaden und die wiederum eine Mitarbeiterin bei uns in der Abteilung sagte komm nochmal zu uns und dann geht nichts geht keine indirekte Restauration mit dem Labor das muss dann direkt gemacht werden um Zähne wieder aufzubauen und das geht das hat funktioniert und im Endeffekt sagte sie sogar jetzt nach der Therapie waren ihre mittleren Schneidezähne fast sogar schöner als vorher weil durch die insuffiziente Mundhygiene Bedeutung haben wir auch gerade vorhin gelernt hat sie halt so atypische Demineralisation um die seitlichen Schneidezähne das haben jetzt zumindest die mittleren Schneidezähne nicht mehr oder ein Zehnjähriger im Schulhof ein Bein gestellt bekommen hingefallen das können sie nur Direktherapien tapieren da geht eine indirekte Restauration mit Kronen sehr sehr schwer gerade auch von die Kooperation ein bisschen eingeschränkt ist auch hier kriegt man eine gewisse Ästhetik hin dass der zumindest dann nicht mehr gehänselt wird das heißt so von der Therapiefindung wir versuchen hier defektorientiert vorzugehen dazu mal so drei Beispiele einmal hier so Zahnhaltsdefekte und hier fehlt durch Parafunktion eine ganze Menge das erstmal direkt aufgebaut durch ein Komposentmaterial hier in der Mitte das sind so die Indikationen für diese Verblendscheine die Veneers große Defekte auf der Außenseite Indikation noch zur Zahnverlängerung das kann man schön mit Keramik machen und Sie sehen einmal Krone immer Krone geht aber heute auch schöner mit Vollkeramiksystem Nachteil ist die Zahnharzsubstanzforderung geht von links nach rechts halt extrem nach oben und deswegen versuchen wir möglichst viel erstmal links in der Ecke zu spielen mit direkten Restrationsmaterialien bevor wir zur Indirekten gehen aber die Indirekten helfen uns auch kommen wir dann auch zum Schluss des Vortrags hier zum Beispiel die adhesive Teilkrone es muss nicht unbedingt die komplette Krone sein Wurzelgefüllter Zahn dunkel verfärbt nicht nur funktional sondern auch ästhetisch beeinträchtigend hier eine solche Teilkrone geklebt fügt sich eigentlich ganz schön ein die Parodontalbehandlung wollte sie nicht ich sehe es Adria ans kritischen Blick schon die ganze mal verfolgt hier diese Teilkrone nach 10 Jahren die PA-Situation immer noch stabil schlecht aber Zahn trotzdem wenigstens noch vorhanden oder auch hier das kann man mit Kronen versorgen das wäre aber Unsinn das sind jetzt diese Veneers im Oberkiefer durch Keramik Verblendenschalen wo kaum etwas präpariert wird jetzt gehen wir sogar noch zum Zahnersatz auch das kann man minimalinvasiver machen es gibt viele Patienten bei denen gehen keine Implantate man kann erahnen hier ist ein großer Knochenverlust Nährzahn ist entsprechend locker da kann man auch keine normale Brücke drüber machen und dann gibt es sogenannte Klebebrücken und die kann man sogar auch heute einflüglich machen das heißt diese Brücke klebt nur über einen solchen Flügel an den Nachbarzahn geht nicht bei allen Indikationen ist aber eine weitere Therapiemöglichkeit um jetzt hier mit der Adhesivtechnik und der Klebetechnik auch sogar mal eine Lücke zu schließen bietet sich primär im Frontzahnbereich an im Seitenzahnbereich wird es eher seltener gemacht hier nochmal bei der Nachkontrolle fügt sich auch optisch schön ein bietet sich halt auch gerade an so bei den jüngeren Patienten hier nicht Anlage eines seitlichen Schneidezahnes das wird mit so einer Klebebrücke gelöst weil mit 15 Jahren können Sie hier noch kein Implantat setzen ja das sollte jetzt abschließend nochmal so ein kleiner Ausflug durch die Möglichkeiten der restaurativen Therapie sein damit bedanke ich mich auch für meinen Part und ich glaube jetzt ist dann auch noch eine entsprechende Abschlussdiskussion vorgesehen wenn ich mich recht ganz herzlichen Dank Herr Kollege Ernst Sie haben die Spielwiese der restaurativen Möglichkeiten jetzt gesehen und wir wollen jetzt am Schluss dann alles diskutieren wer Fragen hat bitte an die Künstler ich glaube oben hat die erste Meldung laut sehr gut inwieweit welche Bedeutung gibt es denn zweiter Meldung der Speichelfluss und damit der Schutz der Mundhöhne und der Beziehung der Räume als Schutz aber als Künstler inwieweit nennen Sie da die Räume die Bedeutung in dieser Region okay gute Frage habe ich mich jetzt persönlich nicht sehr viel mit auseinandergesetzt muss ich sagen klar Speichelfluss wissen wir von den Patienten die Patienten haben gut dass die sehr anfällig für KADIS sind zu vermehrt Zahnsteinbildung neigen ist klar ein wichtiger Punkt da das ist jetzt auf die Pathodontitis Entwicklung an sich ist es insofern Einfluss nehmend dass es vermehrt zur Zahnsteinbildung kommt entsprechend mehr Plagg-Akkumulation also es ist keine Spülwirkung in dem Sinne mehr da und sicherlich ein wichtiger Punkt da sieht man muss ich sagen jetzt in meinem Patienten Kollektiv relativ selten sehr selten bin ich damit konfrontiert worden also sicherlich so bei bestrahlten Patienten ist das sicherlich ein Punkt da Ich habe eine Frage zur Prophylaxe und zwar es gibt ja Zahnpasten mit Hydroxylapatit bewegen die eine Remineralisierung oder ist das nur Werbung Ja das ist auch wieder eine sehr gute Frage wir haben jetzt in zunehmender Weise gerade bei jüngeren Patienten erosive Veränderung der Zahn-Haar-Substanz durch die sauren Getränke sehen wir nach und nach einen Verlust der Zahn-Haar-Substanz ohne kariöse Defekte und dafür gibt es eine ganze Menge jetzt auf dem Markt und diese Zahnpasten die sozusagen mineralähnliche Bestandteile haben helfen schon in gewisser Weise sie führen dazu dass sie Kalziumphosphat Partikel auf der Oberfläche absorbiert werden und verhindern dann eben einen weiteren Verlust der Zahn-Haar-Substanz also durchaus das prophylaktische Nehmen das hilft natürlich nicht bei kariösen Läsionen weil wir da eine ganz andere Ursache haben da mehr die Bakterien und die Stoffwechselprodukte und die auflösenden Prozesse aber das sind gute Hilfsprodukte in der Prophylaxe Ja ich möchte auf Ihr Bild der Evolutionsreihe kommen die Neandertaler und ähnliche Vormenschen hatten ja einen viel längeren Gesichtsschädel und deswegen dann ist bei uns und bei den Haustieren eine Verkürzung des Gesichtsschädels eingetreten am besten bei Perserkatzen und Bulldoggen und deswegen ist die Hebelwirkung die Beißkraft sehr viel härter also unsere Zähne müssen sehr viel mehr aushalten und das merkt man auch sofort wenn mal auf dem Teller etwas mit dem Besteck nicht durchgeht ist es mit den Zähnen im Nu durch es ist also eine ganz erhebliche Kraft und das Ästhetische ich habe einen Freund der anderthalb Jahrzehnte älter war der ist gestorben in den Wochen vorher wurde es ihm lästig und unangenehm der hatte zwei Vollprothesen hat die rausgenommen das Gesicht war nicht mehr zu erkennen und die Sprache war nicht mehr zu verstehen obwohl ich ihn jahrzehntelang gekannt habe es war also wirklich beeindruckend ja ich kann also nur bedingt darauf antworten ja wir wissen wenn die Zähne verloren gehen wird natürlich auch der Alveolarknochen reduziert und deshalb haben die zahnlosen Menschen dann einen ganz anderen Gesichtsausdruck wir sagen dann oft eben wenn die Zähne fehlen dann sehen die Leute sie nicht nur alt sondern sie sehen auch richtig alt aus aber wie die Entwicklung ist bei den Tieren das habe ich nicht nachgelesen das Ich habe noch eine Frage zur Zahnreinigung das was die gesetzlichen Krankenkassen bezahlen ist ja ein Witz inzwischen wie oft empfehlen sie eine professionelle Zahnreinigung die man dann ja selber bezahlen muss Ich glaube ich gebe das mal an den Parodontologen weiter ich kann Ihnen nicht so genau sagen was die Kassen alles zahlen weil wir in der Ausbildung uns mehr bemüht sind um die Maßnahmen und nicht so genau gucken was wir alles einnehmen ist natürlich immer individuell auf den Patienten abgestimmt man kann so sagen so Pi mal Daumenschnitte zweimal im Jahr wobei wenn der in der unterstützenden Phase ist dann ist es natürlich risikoorientiert also individuell auf den Patienten zugeschnitten und da kann es durchaus sein dass man den Patienten alle drei Monate sehen möchte oder auch nur einmal im Jahr also das wird auch anhand dieser Kooper damit individuell für den Patienten festgelegt hat man das immer so für jeden pauschal gesagt zwei drei viermal im Jahr heute machen wir es wirklich individuell aber man kann ungefähr sagen so zweimal im Jahr ist sicherlich so für den Zahnstein Das gilt auch für einen Zahnstein Entfernung oder? Genau Ja ist das von Rindern implantierte Knochenmark was ja modifiziert wird damit es nicht mehr an die Gen reagiert hat es anschließend nach der Implantation denselben Härtegrad wie die Ossere Umgebung Sie meinen das Knochenersatz Material im Rahmen der Parodontologie Das muss ich auch weiter Also der Bovine Sie sagen nach dem Härte Gedate Also jetzt dieser Bovine Dinderknochen den Sie da auch gesehen haben der disturbiert sich sehr sehr langsam Gerade so in dem Pedifern Bereich wir nennen das Popcorn Effekte sehen wir die Partikel noch nach vielen Jahren und der Härtegrad ist aber sehr sehr hoch Also die werden Ossere eingekapselt diese Partikel Wir wollen natürlich keine bindegewebige Einkapselung Das hatten wir bei manchen Biomaterialien in der Vergangenheit Das waren zum Beispiel Hiltoxylapatid basierte Materialien in den 70er Jahren die thermisch behandelt wurden Die waren steinharte Die konnten nach zehn Jahren zusammen mit dem Bindegewebe wieder aus dem Defekt ausholen Heute dominieren ganz klar ich nenne jetzt keinen Firmenname aber es ist Xenogene also Bovine Knochen und der disturbiert sehr langsam wird nicht bindegewebig eingekapselt sondern die Partikel werden Ossero integriert in den Knochen eingebaut und die Härte ist sehr hoch wenn Sie mit einem Implantat Bohrer rein bohren dass Sie den Border danach weg schmeißen können also das ist also die Qualität ist sehr gut und vergleichbar auch mit dem eigenen Knochen Ja ich denke wir lassen noch eine Frage zu die Zeit ist schon ein bisschen vorangeschritten schön dass Sie so lange da waren noch eine weitere Frage offensichtlich nicht dann dann bleibt mir eigentlich nur übrig Ihnen zu danken dass Sie so lange ausgehalten haben jemand hat mich angerufen wie lange wird es dauern da habe ich also bis 9 Uhr also wir haben wir maßlos überzogen dass Sie alle da blieben spricht eigentlich für die Referenten und das ist der Grund dass ich eigentlich jetzt nochmal was sagen muss es war nicht Charlie wie Sie sagen sondern es war Alpha es war perfekt Zahnerhaltung auf welchen breiten Grund das passiert welche riesen Forschungsaufgaben und Projekte da laufen dass man dann doch so wunderbare Ergebnisse am Schluss hat wie Sie zeigen oder wie Sie Aussagen oder dieses Zusammenwirken von diesen verschiedenen Disziplinen also ist ein ein denke ich gut herausgekommen die Faszination der Forschung auch die Perfektion wie Sie das machen und das ist ja auch ein Sinn dass wir Ihnen sagen wollen was wird denn hier an dem gemacht ich glaube es wurde sehr deutlich auf diesem Bereich wie auf den anderen auch was Sie hier alles leisten nochmals vielen herzlichen Dank und ja jetzt noch zwei Bemerkungen wenn Sie sagen das war ja so viel ich möchte das eigentlich nochmal nachhören Sie können das nachhören und lesen in ein paar Tagen ist es über die Homepage der medizinischen Gesellschaft und auch der Universitätsmedizin über YouTube sind diese Vorträge aufgezeichnet eigentlich sehr schön können Sie diese ganzen Folien nochmal nachsehen und nochmal nachlesen und wenn dann immer noch Fragen sind dann stehen die der Fremden gerne zur Verfügung und klären die Frage nochmal der nächste Vortrag den wir haben ist nächste Woche am Dienstag in der Serie Gesundheit und Gerechtigkeit es geht um die Rationierung kann Rationierung gerecht sein ist ja sehr diskutiert wird sehr diskutiert Sie haben ja ganz andere Richtung gerade vorgegeben und etwas gelacht dabei aber es wird schon so sein dass wir uns das alles nicht mehr leisten können und eine gewisse rationierung eintreten muss Herr Professor Huster ist ein Jurist der im Beirat der Bundesregierung für eine Priorisierung in der medizinischen Leistungen tätig ist und er kann uns aus erster Hand sagen was geplant ist und wie wird es weitergehen mit unserem Gesundheitssystem so viel zu den Bemerkungen nun kommen Sie gut nach Hause lächeln Sie ich denke Ihre Zähne erlauben das und wenn nicht wissen Sie wo Sie hingehen können schönen Abend